Hat man schon lange nicht mehr. Das Thema ist auch gerade so aktuell. Warum nur? Und warum habe ich da ausgerechnet dich ausgewählt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Hast du jetzt nicht auch Kontaktschuld dadurch? Ich war doch schon dreimal bei dir oder so. Du bist ja eh unten durch. Oh nein. Kommst du damit gut durchs Leben? Ich habe mit den Rechten geredet, mit den Libertären, mit jedem eigentlich. Gestern habe ich da mit Marcellus Wallace tatsächlich geredet. Und da sind einige auf Twitter richtig wütend geworden. Also viel schlimmer, als wenn ich mit irgendeinem Rechten geredet habe. Das fand ich ziemlich seltsam. Fand ich auch. Ich habe es ja auch mitbekommen. Ich meine, gegen Wallace zu sein, ist jetzt halt nicht so verkehrt, weil der Typ halt wirklich so ein bisschen, sag ich auch wieder abwertend Typ, weil der Mann ein bisschen sehr eigen ist. Er hat schon so eine verquere Ansicht, meiner Meinung nach. Also ich habe auch gestern irgendwie geschrieben, der hat so Tilted Floste-Vibes, die er in mir auslöst. Ja, irgendwie so ein bisschen. Wir haben über Nahostkonflikt geredet und was er da erzählt hat, fand ich sehr vernünftig. Also kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Was da bei euch Inhalt war, weiß ich nicht. Ich weiß nur halt, dass Marcellus Wallace ein strengender Mensch ist oder sein kann. Damals war das mit Kuchen-TV mal nicht. Da hat er seinen Beef gehabt. Und jetzt ist er halt so auf Tobias Huch drauf. Keine Ahnung, ne? Ja, aber das war bei Marcellus tatsächlich im ersten Teil des Talks. Also bevor wir über Nahostkonflikt geredet hatten, hatten wir das gleiche Thema wie wir beide jetzt. Tobias Huch hatte ihm mehrere DMCA-Strikes verpasst. Und genau das Gleiche ist mir ja auch passiert. Stimmt, stimmt. Das ist wiederum eine Sache, da kann ich ganz egal, was ich von Marcellus Wallace halte, eigentlich nur für ihn sprechen und mich dann ganz klar positionieren und sagen, ich finde das einfach so schwach. Die MCA-Strikes sind so, dass das das unfairste und schwächste Mittel, der unfairste und schwächste Weg, irgendwie gegen Leute vorzugehen, die eine andere Meinung vertreten oder dich kritisieren in deiner Meinung. Ich meine, vor allem Tobias Huch, ein gestandener Mann, immer macht hier den Löwen auf gut Deutsch im Internet, callt die Leute aus, auch so Ansage gegen Carsten Stern und so weiter und dann immer so dieses Protzen von wegen, ich habe ihm einen Talk angeboten und er hat da abgelehnt und so weiter, weil sie alle Angst haben und dann verteilte die MCA-Strikes, ich bitte dich. Das, ach nein. Ja, aber da sind wir ja gleich bei dir, weil dir ist ja sowas ähnliches passiert. Du hast ja mittlerweile drei DMCA-Strikes, wenn ich richtig mitgezählt habe, oder? Ja, einige sind wieder getilgt. Also aktuell bin ich wieder sehr weit unten. Also hätte ich die anderen nicht tilgen können, wäre ich jetzt wahrscheinlich aufgrund von DMCA-Strikes tatsächlich weg von der Bühne. Das heißt, einen hast du noch und die anderen zwei sind getilgt. Einen habe ich noch, genau. Einen habe ich noch über. Wie hast du die denn wegbekommen? Durch Gegendarstellung, oder? Gegendarstellung, ja. Ich habe da Einspruch eingelegt, ich habe gesagt, hey, yo, pass mal auf, Zitatrecht und Fair Use, auch wenn das hier in Deutschland nach deutschem Recht halt nicht greift, aber weil ja Twitch halt so eine Mischproke ist. Kannst du ja immer wieder auch mit Fair Use argumentieren und so weiter. Und im Rahmen des Zitatrechts, wenn du da halt wirklich, du musst ja mal gucken, diese ganzen Vorwürfe auch von unserer lieben Kritik-unfähigen Streamerin, ich hätte ganze Streams restreamt und so weiter, das Wort restream, das ist vollkommen falsch. Ja, also restream würde ich tatsächlich, würde ich jetzt einfach eins ihrer VOD abspielen und dazu nichts sagen. Und dann so, Leute, macht euch selbst euer Bild. Das wäre ein Restream, wenn ich selber nichts dazu beitrage, wenn ich nicht selbst daraus irgendwie versuche, was Eigenes zu kreieren, einen Mehrwert rauszuholen, das wäre ein Restream. Oder halt, wenn ich mich live irgendwo zuschalte und einfach zugucke mit meinen Leuten, das wäre dann halt der Restream. Das, was sie halt so beschrieben hat, das ist einfach de facto nie passiert. Aber das juckt in dem Moment auch Twitch nicht. Twitch muss aktiv werden und sagt, okay, das haben wir jetzt als Grundlage und dann ziehen wir halt den DMCA-Strike durch. Ja, man kann es ganz einfach machen, du hast ganz normale Reaktionsvideos auch Streams von Shuyoka gemacht. Ja, selbstverständlich. Und ja, sie hat das Recht zu sagen, hey, pass mal auf, das ist Recht am eigenen Bild und eigenen Material, da kann ich gegen vorgehen. Es ging ihr aber nie darum, dass ich jetzt irgendwie ihr Material genutzt habe. Es ging darum, dass sie halt nicht kritikfähig ist und halt dementsprechend mich irgendwie da aus dem Verkehr ziehen wollte. Was ich auf eine Art auch verstehen kann, also ich glaube, ich habe verstanden, manche Leute können halt mit Kritik nicht wirklich umgehen und wissen halt nicht wirklich auch so mental damit umzugehen, was schade ist. Ich meine, du bist hier, das ist so, wie gesagt, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. So funktioniert das nicht. Das eine schließt das andere mit ein, automatisch. Du kannst nicht das eine haben, dass sie es Rosinen picken. Das funktioniert nicht. Da sind wir jetzt bei der Frage. Meinst du, das hat was mit, nur mit mentalen Problemen einer Streamerin zu tun? Denn ich hatte dir, also das kann ich glaube ich erzählen, oder? Ich hatte dir ja diesen Vortrag von Nightline geschickt und da meintest du, bin unsicher, ob ich darauf reagieren kann, nicht, dass der mich strikt. Denn, also allein das zeigt ja schon, dass du es hier mit einem größeren politischen Kontext zu tun hast. Wenn du dann sagst, kann ich jetzt auf diesen Inhalt reagieren, kann ich da nicht drauf reagieren? Ja. Ja, ich muss erst mal gucken, ich muss das auch so ein bisschen mehr eingliedern. Also, hier auf Twitch möchte ich jetzt schon versuchen, so ein bisschen vorsichtiger zu sein, auch in Sachen Reaction von gewissen Content-Creator, Content-Creatorinnen, weil, vor allem auch aus der Ecke von Neidhahn, ich meine, Dekalent hat es ja, fairerweise muss ich sagen, sofort angekündigt, hat gesagt, sobald ihr auf mich reagiert, gibt es die MCA-Strikes. Ob er es am Ende des Tages ernst meint oder nicht, sei mir dahingestellt, aber er hat die Warnung ausgesprochen. Das heißt, er nimmt sich jetzt irgendwie so die Option, es wirklich durchzuziehen. Und, auch wenn ich die Aktion an sich natürlich lächerlich und scheiße finde, aber immerhin war er fair genug und Neidhahn ist ja halt so ein sehr guter Freund von Dekalent. Ich will da einfach nicht das Risiko eingehen. Ich meine, ich könnte vorher nachfragen, Neidhahn, ich so, hey yo, pass mal auf, ich habe da ein bisschen was am Videomaterial, hast du ein Problem damit, wenn man darauf reagieren würde? Jetzt, wo ich es gerade ausspreche, das müsste ich mal wirklich mal machen. Ja, jetzt mal im Ernst. Ich meine, mehr als nein sagen kann er ja nicht. Meine Absprachen halten. Also Neidhahn hat ja auch Polytopia ein Gespräch angeboten, als Polytopia in den Imstream angerufen hat. Nein, 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 jetzt doch nicht, jetzt doch nicht. Ja gut, das war jetzt auch schon wieder so ein bisschen, da hat er aber auch ein bisschen auf die Kacke gehauen, der Polytopia. Er hat gesagt, komm, wir machen das jetzt sofort und Neidhahn wollte eine Woche Bedenkzeit oder Vorbereitungszeit. Ein paar Tage später hat Polytopia gesagt, okay, die Woche Vorbereitungszeit kannst du haben. Da war Neidhahn dann auch nicht mehr zum Gespräch bereit. Ja, da wollte er auch nicht mehr. Das ist schon witzig. Nee, dass ich, also es ist halt wirklich so, weil ich auch wirklich versucht habe, hier mit meinem Chat abzuwägen, tatsächliche Notwendigkeit, Dinge nochmal auseinanderzunehmen, so einzuordnen und so weiter oder ist die Gefahr dann einfach zu groß dafür, dass ich dann, ich meine, ich habe ja immer noch Kik als Ausweichplattform, dass ich dann sage, wenn es wirklich eine Herzensangelegenheit ist, kann ich da immer noch irgendwo ein bisschen im sicheren Gefild irgendwo reagieren. Aber hier ist es tatsächlich so, dass ich da schon ein bisschen vorsichtiger bin. Ja, und auf Kik hast du halt viel weniger Zuschauer als auf Twitch. Das sehe ich ja selber. Ich streame ja alle Streams hier parallel auf Kik und da habe ich dann immer einen Zuschauer oder so und auf Twitch dann 100 Zuschauer. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja, das ist wirklich wahr. Aber gut, okay, ich meine, du kannst ja dann immer noch halt ein Video draus machen aus deiner Reaction, das dann hochladen, dass du dann darüber noch ein bisschen Reichweite reinholst. Ja, aber es ist auch so, dass ich diese ganzen Kritiker und die ganzen kritischen Aussagen, dass das nur mein Content ist und dass ich immer wieder drauf aufspringe und so weiter, das sind ja auch Dinge, auch wenn ich überzeugt davon bin, dass es halt irgendwo ins Leere geht, dieser Vorwurf, aber ich denke trotzdem darüber nach und ich versuche wirklich, mich selber zu beobachten, das einzuordnen und zu gucken, stimmt das denn jetzt wirklich? Und da habe ich auch zuletzt gesagt, bei, bestes Beispiel Shurioka, im Grunde genommen habe ich da meinen Job getan, zu zeigen, wie sie mit Kritik umgeht, wie sie ehrliche Kritik nicht annimmt, wie sie immer wieder ausweicht und so weiter und das Ähnliche ist auch mit Dekalent und im Prinzip dann auch Neid und so weiter, aber wenn es danach geht, dürfte ich aber gar kein irgendwann mal mehr irgendwas sagen. Also so ganz komplett weg bin ich nicht, nur dass ich dann halt auch persönlich meinen persönlichen Teil da mit reinnehme, das mache ich dann halt nicht mehr, weil es mir halt auch nicht, das ist mir einfach nicht wert. Da muss ich gucken. Entschuldigung. Ja, deswegen, also ich hatte ja tatsächlich mich nur zu Shurioka geäußert, als sie angefangen hat, andere Streamer wegzustriken mehr wegzustriken und ja, jetzt ist es halt wieder passiert. Ja, es ist fürchterlich. Ich meine, der letzte Bann, das war ja kein DMCA-Strike, das war ja halt tatsächlich wegen Hassrede wurde ich da gebannt, weil ich tatsächlich aufgezählt habe, dass es einige unwahre Wahrheiten gibt, die ich aus meiner tiefsten Überzeugung auch wirklich für bewusste Lügen aufgenommen und empfunden habe, weil es gibt einige Dinge, ich will das jetzt nicht im Detail wiederholen, aber es gibt Sachen, die weiß man, dass sie halt nicht stimmen. Das bekannteste halt, diese Unterstellung, dass ich irgendwelche Nazis kennen würde und damit angeben würde, die auch zu mobilisieren und so weiter, das könnte nichts falscher sein als das, aber das ist halt eine gezielte Lüge, mich einfach durch den Dreck zu ziehen. So, und das ist halt nachweislich. Oder auch, da gibt es irgendwie, das andere war dieses, dieses Doxing von Tobias Huch, dagegen ist ja auch richtig vorgegangen, da gibt es ja auch ein Gerichtsurteil jetzt oder ein Beschluss zumindest, ja, das geht zwar an Freiraum Reh, dass sie das halt nicht mehr sagen darf, dass er ihren Standort geleakt hat, aber ich meine, wenn du schon sowas in der Hand hast, dann ist ja wohl klar, dass das halt Aussagen sind, die nicht der Wahrheit entsprechen. Aber da differenziert Twitch nicht, da sagt er, okay, das hast du gemacht, okay, und das ist nicht gut und du hast diese Person als ekelhaft bezeichnet, ich fand das Vorgehen ekelhaft, ja. Ja, und ich habe diese Person kritisiert. Ja, und das ist noch ein Strike. Einfach mal sieben Tage Bann, dafür, dass ich, naja, eine Meinung geäußert habe und dass ich auch tatsächlich mal, ja, Fakten oder nachweisbare Fakten erwähnt habe. Schwierig, weiß ich nicht. Dieses in die Nähe von rechtsradikalen Rücken, das ist ja eine ganz beliebte Taktik der Desinformation, da ist ja die Amadeo Antonio Stiftung auch beispielsweise immer sehr früh mit dran. Absolut, absolut, aber es ist ein ganz probates Mittel. Wir haben ja damals immer, angefangen hat es ja immer mit dieser Nazikeule, in Diskussionen und so weiter, das war damals halt ein bisschen lästig, weil wir wussten, okay, dein Gegenüber hat keine Argumente mehr, inhaltlich nichts, wo man irgendwas aufgreifen kann, dann kommt die Nazikeule, weil er halt nicht weiter weiß. Und das hat sich ausgebaut. Und wir alle haben ja schon von früh auf gelernt, mit Nazis spricht man nicht, ganz egal, was sie sagen, man spricht mit denen nicht. Weil es ist halt ganz egal, was sie sagen, wenn es noch so Base klingt, wie man es so schön sagt, aber die Intention dahinter, man hat so einen ganz anderen Plan hinter den Aussagen, um zu locken, um in die Irre zu führen, um seine eigenen Pläne durchzuziehen. So, und da wurden wir eingeimpft. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Aber dann, das halt jeden zu unterstellen, ist ein bisschen schwach, würde ich sagen. Ja, was heißt schwach? Amadeo Antonio Stiftung ist. Ja, das ist ja das beste Beispiel, was du hast. Also, die haben ja vor ein paar Jahren auch schon einen Artikel über die Nachdenkseiten rausgebracht, also vor Corona, vor allem, also als man... Habe ich gar nicht mitbekommen. Naja, das ist länger her, länger her. Also damals hat sich dafür noch keiner interessiert. Und da haben wir die auch schon in die Nähe von Antisemitismus und allem gerückt. Also völlig irre. Weil, die Argumentation, die war, wer den Neoliberalismus kritisiert, wer meint eigentlich, wenn er beispielsweise Finanzmärkte kritisiert, dann meint er eigentlich die Juden und deswegen ist Kritik am Neoliberalismus antisemitisch. Aber ich habe jetzt voll die Dara-Vibes, was ist da los? Ja, das ist Antideutschtum. Das ist auch so eine Ideologie, die Dara hat. Deswegen nenne ich da immer die Armadier-Antonio-Stiftung. Die ist ja jetzt glücklicherweise in einem größeren Publikum bekannt geworden, weil sie sich in diesen Schuyoka-Straut eingemischt hat. Ja, das ist unnormal. Also ich verstehe die Leute auch nicht mehr. Vor allem, ich denke mir, je mehr Zeit vergeht, je länger wir das Internet haben, je mehr Informationen, Zungen zu Informationen wir haben und zu Quellen und alles, was wir wirklich haben. Wir brauchen doch sowas nicht mehr. Aber ich glaube, das habe ich schon so oft gesagt, je mehr wir die Optionen an Infos haben, desto weniger sind wir bereit, uns diese zu holen. desto fauler werden wir irgendwie. Diese Fastfood-Gesellschaft. Ich will nicht den richtigen langen Weg gehen, Sachen aufarbeiten. Ich will einfach, wenn mir was nicht passt, irgendwie irgendwas wegframen. Irgendwo eine Ecke stellen, wo ich halt mich nicht mehr damit beschäftigen muss. Wir haben das diskutieren verlernt, ne? Ja, definitiv, definitiv. Die Frage ist, wie ist es, also wie beendet man das wieder? Also wie ist es dazu gekommen? Da muss man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte nachzeichnen, aber wie beenden wir das wieder? Und du hast eben gesagt, mit Nazis spricht man nicht. Und dann zweitens, dass dieser Nazi-Frame eben auf alle möglichen Leute gelegt wird, die damit wirklich, weiß Gott, nichts zu tun haben. Und da ist die Frage, ist schon diese erste Prämisse mit Nazis spricht man nicht? Ist die denn überhaupt richtig? Denn auch Nazis haben ja für ihre Ideologie Argumente und auch die kann man ja argumentativ widerlegen. Also wenn wenigsten Nazis werden bereit sein, mit dir zu sprechen. Die meisten werden dich verprügeln wollen, aber die, die jetzt bereit sind, mit einem zu sprechen, so wenige echte Nazis. Vor allem auf Twitch würde ein echter Nazi sofort gesperrt werden. Ja, natürlich. auch der hätte Argumente, die du widerlegen könntest, ziemlich einfach widerlegen könntest bei einem Nazi. Ich meine, das ist ja wirklich eine irre Ideologie. Und da ist schon diese Prämisse, mit denen spricht man überhaupt nicht, die halte ich grundsätzlich für falsch. Also jede Ideologie, sei sie noch so bescheuert, hat ja Argumente, aus denen sie sich herleitet und die kann man doch im Diskurs widerlegen. Also so ist zumindest meine Ansicht. Also ich glaube, dieses mit Nazis spricht man nicht, damit sind auch tatsächlich die komplett verstrahlten Leute gemeint, die einfach nicht mehr rausbringen als irgendwelche hasserfüllten Parolen, die jetzt halt wirklich nicht inhaltlich auf irgendwas eingehen, also diese kompletten Knallchargen. Ja, mit denen sprichst du nicht. Das ist ja auch das typische Bild eines Nazis. Glatze, hohle Birne, Springerstiefel und dann weiß ich nicht. Ja, klar, mit solchen Leuten willst du, ganz egal, welche Ideologie sie folgen, mit diesen lauten Knallchargen willst du auch nicht sprechen. Ja, aber generell halte ich es auch für einen sehr falschen Ansatz, wenn du sagst, ich spreche mit einer gewissen Personengruppe nicht. Ganz egal, ob sie einen anderen Glauben haben, eine andere religiöse Ausrichtung, ach, religiöse politische Ausrichtung oder gesellschaftlich, dass sie halt anders denken, nein, du musst mit den Leuten sprechen. Der Austausch muss stattfinden, allein schon, weil du vielleicht nicht die Person an sich irgendwie ändern kannst oder überzeugen kannst, aber halt Leute, die um dich herum sind und das mitbekommen und vielleicht noch so ein bisschen unsicher sind. Wie sieht es denn aus? Wer von den beiden hat ein Recht? Dass du dann halt mit guten Argumenten reingehst und dann überzeugen kannst und dann auch Leute um dich herum, dass du denen auch den gewissen Wert von Demokratie und von Meinungsfreiheit auch näher bringst und das auch auslebst. Du kannst nicht auf eine Art jedes Jahr im Mai irgendwann wird dann halt wieder das Grundgesetz gefeiert und hey, super, Grundgesetz super, ja, aber trotzdem willst du bestimmte Leute ausschließen vom Diskurs, Wegsperren und die Plattform, das hat alles nichts mit Demokratie zu tun. Also das ist so ein Doppelstandard, so eine scheinheilige Schaumschlägerei, das ist ermüdend. Das ist unnormal. Tut mir leid. Ja, und da hat die Justizsenatorin von Berlin vor kurzem etwas sehr Interessantes gefordert. Sie will nämlich Desinformationen unter Strafe stellen. Ach, hey. Wer entschädigt, was Desinformationen sind und welche Strafen werden das denn? Ich nehme mal an, das wird dann so ein Gesetz wie in Russland. Also, hey, gibt's ja in Russland so ein Gesetz gegen Desinformationen und jeder Oppositionelle, der da beispielsweise russischen Angriffskrieg sagt, der verbreitet halt eine Desinformation. Das ist die Demokratie, in der wir leben wollen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Wann dürfen wir dann Leute wegsperren? Also komplett wegsperren, erstmal Ausgangssperren verteilen? Das wird auch lustig, wenn wir später komplett nur über digitale Zahlungen haben und so weiter, wenn das komplette Bargeld an sich so raus ist. Ja, deswegen muss das erhalten bleiben. Deswegen muss es erhalten bleiben, aber nur mal für Spaß, stellt euch, stell dir mal vor, allein jetzt schon in dieser Zeit, es gibt jetzt einfach kein Bargeld mehr, es ist alles nur über elektronischen Wege. Boah, um Gottes willen ist das gruselig, die Vorstellung, was die da machen könnten. Ah, guck mal, der hat eine andere Meinung, denen sperren wir erstmal das Geld komplett. Das machen wir jetzt einfach nicht. Konten werden ja schon gesperrt, also die jüdische Stimme, also jetzt sind wir bei diesem Zensurthema ein bisschen umfassender als nur auf Twitch, aber die jüdische Stimme für den gerechten Frieden in der Nahost, der wurde vor kurzem das Konto gekündigt, Apollut wurde vor kurzem das Konto gekündigt, bei der Volksbank Pirna, der gleichen Bank, wo das BSW sein Konto hat. Also das ist eine sehr ungute Entwicklung. Das habe ich gar nicht mitbekommen, krass. Ja, ich bin da auch so in dem Thema so gar nicht drin, aber das ist schwierig, das ist echt unheimlich. Ja, aber ja, ich hoffe, ich weiß es nicht. Wie kann man, du hast gerade gefragt, wie kann man dem entgegentreten? Mit mehr Mut zum Diskurs, würde ich sagen. Mehr Mut zum Diskurs, den ich ja selber aktuell gar nicht mehr habe. Das haben wir, wie du gesagt hast, hier mit diesem Beitrag zu Neidern und so weiter. Ich habe den tatsächlich nicht mehr. Nur bei mir, ich habe andere Beweggründe. Das ist jetzt nicht, dass ich persönlich eingeschüchtert bin und so weiter. Mir geht es darum, Twitch möchte ich schon gerne weiterführen. Ja, und ich habe ja noch eine Familie im Rücken. Wäre ich jetzt so ein Alleingänger, würde ich sagen, was soll ich, geht es ja aufs Kriegsfeld und so weiter. Nee, ich habe ja noch mehr Verantwortung. Ihr seht mich jeden Tag hier, aber was da im Hintergrund noch alles ist, für wen ich alles in Verantwortung trage und wie ich dann auch selber meinen eigenen Stolz mal vielleicht ab und zu mal runterschlucken muss und Dinge erdullen muss, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Per se bin ich wirklich so, dass wir sagen, wir müssen mehr miteinander reden. Ja, und wie wir uns vor dieser Zensur schützen, da haben wir die Möglichkeit eigentlich schon genannt, auf andere Plattformen setzen. Also du bist ja noch auf Click. Ja, leider. YouTube-Kanal habe ich auf Odesee synchronisiert. Das kann man auch sehr einfach machen. Also es gibt noch andere Plattformen neben YouTube und Twitch, damit du davon ein bisschen unabhängiger bist. Ja, optimalerweise hast du eine eigene Webseite mit einem Server, wo du halt deine Sachen hochlädst. Das wäre natürlich das Optimale, aber es kostet natürlich auch wieder. Ja, es ist so schwierig. Ich meine, ich erinnere nur an die Zeiten von Corona, wo sehr viele Accounts auch auf YouTube gelöscht wurden oder die ganzen Facebook-Accounts, die gelöscht wurden und dann mussten sie halt irgendwo auf Alternativmedien zurückgreifen und sind dann halt auf Telegram gelandet. Und dann hat man gesehen, was mit Telegram gemacht wurde. Das war der reinste, die reinste Schwurbler-Plattform. Und wann immer du gehörst hast, ja, das habe ich von Telegram, okay, weißt du Bescheid. Das hat keinen Wert. Also da ging die Zinsur trotzdem weiter. Also es ist schwierig. Also ich glaube, wenn sie wirklich ins Rollen kommt, dann haben wir alle ein großes Problem. Ein riesengroßes Problem. Ich weiß nicht, wo das hinführen sollte. Gerade wie hier in Deutschland, die wir so stolz sind auf Demokratie und auf Meinungsfreiheit. Ja, eigentlich bräuchte es kein Gesetz gegen Desinformation, sondern ein Gesetz, was Plattformen verbietet, einfache Accounts zu sperren. Da gab es ja jetzt schon einige gute Urteile, wie Skurros oder Mimi, aber in anderen Fällen da sind... Mimi auch? Ja, der wurde doch entsperrt. Das ist jetzt schon etwas her, aber... Ah, der wurde entsperrt. Und Mimi wusste das gar nicht. Skurros war mir bekannt. Also das waren Urteile, die in die richtige Richtung gingen. Dann gibt es... Ja, aber viele kleine Creator, die können sich so einen Gerichtsprozess nicht leisten. beziehungsweise... Also vor kurzem wurde beispielsweise Account von Antispiegel TV gesperrt und die sind da jetzt, glaube ich, nicht gegen vorgegangen. Die machen jetzt einfach auf Twitter weiter und auf Telegram. Traurig. Sehr, sehr, sehr traurig. Vor allem diese Leute, die halt wirklich sich den einfachen Weg nehmen und sagen, ne, pass mal auf, ich will ja jetzt nicht irgendwas aufarbeiten oder was mit dir diskutieren. Ich werde jetzt einfach die versuchen, so die Plattformen... Die fühlen sich dann am Ende noch im Recht. Die sagen, guck mal, es klappt doch. Also kann ich wirken, wie ich will. Wenn es mir zu bunt wird, die Plattform ich einfach. Und ich... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt mich gewundert, dass du tatsächlich das noch überlebt hast mit Shlomo und so. Dass sie dich da nicht komplett zerrissen haben. Das hat mich wirklich gewundert. Das ist irre. Ja, das haben die meisten Walkies irgendwie ignoriert. Keine Ahnung, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, es bringt nichts, uns zu kritisieren, weil sie gemerkt haben, es gibt bei uns nichts zu holen. Ich meine, es gab ja mal so eine kurze Phase, da sind Dekal, Dent, Neitern und Co. wirklich auf jeden kleinen Streamer losgegangen, der irgendwas Abweichendes gemacht hat. Also man denke, als Lucy beispielsweise mal gesagt hat, es gibt nur zwei Geschlechter. Also eigentlich Schulbuchwissen, aber laut Meinung von dieser Walken-Twitch-Bubble eine ganz böse Sünde. Auf jeden Fall, da sind sie ja richtig auf sie losgegangen. Dann haben sich alle mit ihr solidarisiert. Und ich glaube, diese Tatsache, dass man sich mit Leuten solidarisiert, denen so ein Unrecht passiert, das erschreckt solche Mobber, sage ich jetzt mal. Also, ist jetzt eine falsche Kategorie, wenn wir von so einem politischen Wertstreit hier auf Twitch reden. Also, aber ist, glaube ich, noch die beste Frage. Es ist auch Mobbing, natürlich, klar. Ja, wie gesagt, wir haben ja gehört, was da gesagt wurde. Von Seth Van Doom und von Dekadenz selbst auch. Wenn das nicht Mobbing ist, ich meine, gleichzeitig auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, greifen sie halt Lucy an und so richtig unter die Götlinie. Und auf der linken Seite halten sie dann die arme Shurioka halt hoch und sagen, oh nein, die Arme, die muss geschützt werden. Was denn jetzt? Ist Cybermobbing wirklich selektiv? Dürfen die einen gemobbt werden und die anderen nicht? Oder wo findet das überhaupt statt? Das ist irre. Lara hat doch gesagt, wir mobben die Mobber. Und wenn wir mobben, der ist Mobber. Das heißt, der darf gemobbt werden. Hat Nathan auch in diesem Vortrag, den ich dir geschickt hatte, nochmal einzeln begründet. Oh, schade. Schade. Ich müsste mal wirklich Nathan anschreiben und fragen, ey, yo, wäre das okay? Wäre das fein für dich? Na? Also, einfach so, keine Ahnung. Ich müsste mal generell mal so wirklich die Leute anschreiben. Weil ich finde, das ist ein Unding. Das ist einfach ein Unding. Ja, wie gesagt, definitiv, das ist ja auch ein Missbrauch, die DMCA-Funktion. Absolut. Das ist ja Copyright. Das ist ja nicht, ihr dürft jetzt hier Leute wegcanceln, sondern ihr dürft wirklich nur, wenn eure Bildrechte verletzt sind. Also, wenn irgendwer so ein Video ohne Kommentierung hochladen würde, dann dürfte man das machen. Und ich würde das dann nicht mal machen, denn wenn irgendwer mein Video ohne Kommentierung hochlädt, dann bereitet er meine Botschaften weiter, da bin ich ja nicht böse drum. Ja, davon ab, davon mal ab. Das ist eigentlich das Beste, was hier passieren kann, kostenlose Werbung. Ja, aber ich verstehe halt, wenn man in der Kritik rät, ich denke mal, das mit Schlomo, die fragen hier gerade im Chat, ich denke mal, das mit Schlomo und mit, du warst mit Zeller im Gespräch gegen Schlomo und Kasper? Ja. Ich denke mal, da war es zu inhaltlich, dass die Bogen da jetzt nicht so groß waren. Ich denke mal, das war zu viel Inhalt. Das muss man aber auch wirklich sagen, auf Twitch ist es so, man will sich empören, aber man will auch seichten Inhalt, über das man sich empören kann. Wenn es dann halt wirklich so tiefgründig geht und über Politik und Innenpolitik, Außenpolitik, Asylpolitik und was auch immer, was da alles auch Thema war bei euch, das ist so, boah, da muss ich jetzt nachdenken und ich will mich jetzt empören, aber nicht, dass ich mich über das Falsche empöre, nicht, dass ich am Ende meinen Feinden recht gebe. Ich denke mal, die Leute wollen das nicht. Das ist halt auch wieder zu viel Arbeit. Das merkt man aber auch wirklich. Ja, das ist auch ziemlich lustig. Also als Neiternis versucht hat, ist er ja krachend gescheitert. Ich hatte beispielsweise gesagt, man muss aufpassen, dass in der Umgebung der EU-Konflikte wie in der Ostkonflikte, wie Syrien, nicht noch weiter eskalieren beziehungsweise in Syrien, da sollte man die Sanktionen endlich aufheben, damit das Land endlich wieder aufgebaut werden kann und vielleicht kehren dann einige Flüchtlinge, die daher geflohen sind, wieder zurück. Wissen wir ja nicht. Und Neitern macht das raus. Ich hätte gesagt, die EU soll Militär dahin schicken und die Grenze absichern, dass auch keiner mehr, also wirklich, also wirklich komplett, als Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wir sollten aufhören, Wirtschaftskrieg zu führen und er macht daraus das glatte Gegenteil. Es ist immer so, die konstruieren irgendwelche verrückten Aussagen, die nie so gesagt wurden, um darauf dann aufzubauen, um sich zu empören. Und die Leute im Chat sind dann halt, oder die vom Monitor und so weiter, die nehmen das einfach auf und sagen, ja, 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 das finde ich aber auch doof. Was findest du doof? Ja, das war's ja. Alter, da jetzt gerade. Hast du doch gehört, was der gesagt hat, oder hast du doof was? Ja, das ist tatsächlich so. Bei Monitor habe ich ein gutes Beispiel. Also jetzt mal nichts von Krieg und Frieden. Da gibt es seit Beginn des Ukraine-Krieges viele schlimme Beispiele von Monitor, sondern es ist etwas Belangloseres und Lustigeres. Also letztes Jahr war ja der Stolzmonat. Also nicht Arbeiter-Stolzmonat, sondern der Stolzmann. Und da haben die Rechten dann gesagt, so, wir machen jetzt unseren Stolzmonat, wir machen uns eine Deutschland-Stolz-Flagge. Also wir machen das auch so. Also so rechter Kulturkampf, lustiger rechter Kulturkampf, hat eigentlich keinen groß gestört. Und Monitor macht daraus die große rechtsradikale Verschwörung, die hier dazu gemacht ist, um Queere und sonst was Menschen aus der Gesellschaft rauszudrängen. Weil Leute auf Twitter Memes posten. Oh, ja, Memes sind auch böse. Memes sind richtig böse. Ich meine, vom Stolzmonat habe ich auch letztes Jahr nicht viel gehalten, auch heute nicht. Und selbst der Arbeiter-Stolzmonat, den ich im Kern sehr gut finde, eine sehr schöne Aussage hat, ja, und auch wirklich halt alle inkludiert, auch LGBTQIA+, und so weiter, weil wir sind ja alle irgendwo Arbeiter, ja, bin ich trotzdem so, dass ich da jetzt nicht aktiv dran teilnehme, weil ich mag so diese Bewegungen nicht. Es ist ein bisschen merkwürdig, aber, ne, ich finde das gut, aber ich bin da tatsächlich nicht dabei. Aber der Stolzmonat war halt auch ein bisschen arg peinlich, ne. Es war ein Stück weit lustig, als direkte Trollantwort, ich habe es mir als Trollaktion gesehen, weniger als denn mehr so eine rechtsextreme Aktion, wobei hundertprozentig auch sehr viele Rechte drunter waren. Ich meine, Höcke, Höcke war das, ne? Ja, Höcke selbst hat doch auch... Ja, ja, spätestens da habe ich gesagt, okay, da bin ich jetzt komplett raus, da darf ich gar nichts mit am Hut haben. Ja, aber du solltest, wenn Rechtsradikale was Rechtsradikales machen, dann kannst du dafür kritisieren, wenn Rechtsradikale so eine Deutschlandflagge in ein paar andere so ein bisschen feiner die Farben unterteilen und das dann unter irgendwelche Pride Month Posts posten, ja, also man kann Rechtsradikale nicht dafür verurteilen, dass sie das machen, nämlich Memes posten, dass alle anderen auch machen. Alter, das stimmt. Aber wie gesagt, weil ich sowieso keine Sympathien gegen Höcke habe oder für Höcke habe, hat das schon so, okay, dann bin ich da jetzt erst recht raus. Das hat ja mit dem Stolzmutter an sich nichts zu tun, aber weil ich ja generell immer so dagegen bin, ne? Wobei Höcke noch einer der weniger Schlimmen in der AfD ist, finde ich. Also da gibt es wirklich radikale Neoliberale, da gibt es Libertäre, also Joanna Cotar, die hat jüngst so wirklich komplette wirre Reden gehalten, warum unser Geldsystem komplett falsch sei und wir einen Bitcoin-Standard bräuchten, also so komplett vom Staat unabhängiges Geld, was dann auch nicht von der Zentralbank gesteuert werden kann, sondern was, ja, also du hast eine Währung, die sich nicht mehr unter demokratischer Kontrolle befindet, sondern die sich unter Kontrolle von wenigen Meinern befindet, die diese Währung hergestellt haben. Ich meine, bei Bitcoin, da ist die Vermögensverteilung ja nochmal viel ungleicher als bei Fiat-Währungen. Das kann man ja empirisch sehr gut zeigen. Und solche Leute hast du dann auch in der AfD. Ja, sicher. Ich meine, es ist nicht umsonst, dass halt in Teilen halt der Verfassungsschutz sagt, ja, das ist jetzt halt nicht ganz so toll. Beziehungsweise Joanna Cotar, die ist ausgetreten, also ja, da hat sich die AfD auch einen Gefallen getan, dass da manche Leute wie Meuthen, wie Cotar, wie Hans-Olaf Henkel, also wirklich schlimme Leute, dass die da jetzt nicht mehr Mitglied sind. Ja, gut, okay, mit Sicherheit gibt es ja noch mehr oder noch schlimmere als Höcke, aber er ist halt so das Flaggschiff. Ich denke mal, wenn du von AfD sprichst, hat jeder sofort erstmal Weide und Höcke im Vorbild. Und diesen, diesen Beatrix von Storch und den Gauland und diese prominenten Köppe. Beatrix von Storch ist auch ganz schlimm. Die kommt auch von der Hayek-Gesellschaft. Ja, die ist fernab irgendwie, sie ist ganz merkwürdig. Auch wenn sie redet, ich meine, das ist jetzt halt so eine persönliche Sache, aber wenn sie redet, gruselt es mich immer irgendwie so ein bisschen. Sie ist eine ganz, ganz unheimliche Ausstrahlung. So eine ganz merkwürdige Aura, weiß ich nicht. Kann ich nicht, tut mir leider, kann ich nichts gegen machen. Ja, aber stimmt, ich hatte ja gestern einen Talk mit Erwin und da haben wir uns zum Schluss eine Frage gestellt. Da war ich eher entspannter und Erwin meinte, war da eher kritisch. Meinst du, mit der AfD würde es, was Zensur angeht, wir hatten ja jetzt schon viele Beispiele genannt, die aktuell laufen und es wird, die Schlagzahl erhöht sich, es wird, wie es aussieht, immer schlimmer. Meinst du, mit der AfD würde es noch schlimmer werden oder würde es ungefähr gleich bleiben, was das Niveau an Zensur angeht, was wir gerade erleben? Ich glaube, die wird auch ansteigen. Also AfD ist sehr totalitär und sehr neoliberal und ich glaube, mit der AfD will man uns echt keinen Gefallen tun. Und was mich, vor allem bei der AfD, wenn ich dann immer wieder sehe, auch vor allem, welche Personengruppen in der Gesellschaft die AfD wählen, da sind so viele, die arbeitslos sind, die sagen, ey, yo, AfD bringt uns durch die Zukunft. Und ich denke mir, habt ihr irgendwas mitbekommen? Ihr wisst, wie die AfD gegenüber Arbeitslosen eingestellt ist und so weiter. Gegenüber Mindestlohn musst du ja nicht mal arbeitslos reichen. Vielleicht wenn du in Teilzeit arbeitest, also dann kriegst du böse Überraschung, wenn der Mindestlohn dann plötzlich um zwei Euro gesenkt wird, wenn die AfD in der Macht kommt. Ja, sicher. Also ich glaube auch, ich glaube auch damals, wäre AfD irgendwie in einer Machtposition damals zu Corona-Zeiten, also, ne, die, die gerade eben früher immer gesagt haben, ey, wir dürfen nicht so viel zensieren, wir dürfen nicht so viel verbieten und so weiter. Ich glaube, die wären ganz vorne mit dabei gewesen. Da bin ich überzeugt von. Ja, es kommt gerade eine Frage aus deinem Chat. Ani Däger fragt, was bei mir, was mit mir beim ARD-Mix-Talk los war. Da war tatsächlich mein Internet für fünf Sekunden weg und dieses Twitch-Programm, das ist dann anscheinend, oder dieses Programm, womit man da zu Gast ist, das ist dann so, dass es einen gleich komplett rausschmeißt. Wow. Stimmt, der ARD-Mix-Talk, den habe ich auch schon wieder vergessen. Ne, davon kann die ARD nichts, das ist ein Tool von Twitch. Was war da noch mal Thema? Bürgergeld diesmal und Niedriglöhne. Bürgergeld, ne? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Nein, ich habe es verpasst. Es ist abends nach dem Stream, nach dem Stream, ich bin so, so zeitlich, so eingeschränkt, ich kriege gar nichts mehr mit. Das ist so nervig. Das war Zensur. Nein, nein, er hat es doch selber gesagt, das war tatsächlich ein Internetproblem. Ja, ja. Ich wollte gerade dem Moderator da, dem Moderator erklären, warum er keine Ahnung von Wirtschaft hat, beziehungsweise dass er seinen Job irgendwie verfehlt hat und da bin ich gerade eingefroren. Ja, spätestens danach wärst du gekickt worden. Ist was? Ich habe keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was er genau gesagt hat, aber der sagt mir nicht, dass ich keine Ahnung habe, raus mit dir, ptsching. Ne, Quatsch, ich weiß gar nicht, wie es beim ARD-Mix-Talk ist. Keine Ahnung, wie die da... dich dazuschalten. Du musst das in Chrome öffnen und dann kommt da so eine Schaltfläche, wenn dein Account verifiziert ist und da kannst du draufklicken und dann bist du dabei. Da waren einige aus unserer Bubble diesmal bei. Also sonst sind ja immer Prunky, Dara und diese ganzen aus dieser Walk-Bubble dabei, aber diesmal waren tatsächlich relativ viele aus unserer Bubble. Da merkt man auch, wer sich für welche Themen interessiert. Wenn es um Gendern und sonst irgendwie kulturelle Aneignung geht, sind lauter Walkies dabei und wenn es um was Wirtschaftliches geht, dann ganz viele aus unserer Bubble. Ja, komisch, da sieht man, wer wirklich links ist und wer Pseudo ist. Sorry, wenn ich das jetzt so pauschal sage, aber es ist ja irgendwo, es zeichnet sich ja auch ab. Es ist ja auch irgendwo so. Ich meine deswegen auch das, wenn wir nochmal zurückkommen auf das Thema Zensur und so weiter und das, die Plattformen. Du siehst ja auch diese ganzen Leute, die wirklich jeden von uns als Rechts frame wollen. Ja, der ist rechts, der kennt Nazis und so weiter und so fort. Und wir kämpfen gegen Rechte. Wo kämpft ihr gegen Rechte? Wo habt ihr denn mal wirklich tatsächlich einen direkten Austausch mit Schlomo, mit Kasper, mit Klaun, mit was weiß ich, wie sie alle heißen? Ich kenne die ja alle noch nicht mal. Wo sind denn da eure Angriffe? Warum thematisiert ihr das nicht? Lieber ist da ein Karl, der letztes Jahr irgendwie ein, 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 was weiß ich, ein Fünf-Minuten-Take irgendwie out of context rausgeschnitten hat und dazu anderthalb Stunden sich darüber lustig gemacht hat, was für ein böser Rechter ich bin und was für ein Trottel ich bin. Wenn du dich wirklich irgendwie einen rechten Anlegen willst, was du immer sagst, dann mach es doch auch mal. Was für ein Quatsch. Aber geht nicht auf Erwin, geht nicht auf einen Agitator, geht nicht auf mich, geht mal auf die Leute, die wirklich tatsächlich auch rechte Talking Points vertreten. Offen. Und sagen, ja, ja, ich bin halt tatsächlich rechts, ich bin halt, was weiß ich, hier bin ich, redet mit mir. Keiner geht in einen Talk mit Schlomo. Warum? Ich hab gehört, der kann reden. Du musst dir Neitans Vortrag ansehen. Dann geht dir wirklich ein Licht auf, dann erkennst du deren Weltsicht. Die sehen sich als die einzigen Link und alle anderen, egal aus welchem politischen Spektrum, sind mindestens konservativ, wenn nicht rechtsextrem. Also wir sind konservativ bis rechtsextrem. Sie nennt uns die Anti-Link. Scheiße. Boah, ist das gruselig. Schade, ne? Wie gesagt, der Vortrag ist genial, weil Neitansichter, also der trägt das so ganz ernsthaft vor und ja, Politik moralisch zu sehen ist immer gut, damit kann man andere Leute moralisch erpressen. Ja, so sollte man politische Forderungen formulieren. Siehe da überhaupt kein Problem drin. Übertrieben, oder? Es ist so übertrieben, so fernab vom Schlagwort. Da hat jemand seinen Kalsch mitgelesen. Wie gesagt, also dieses als rechtsextrem diffamieren, ich war ja auch bei Realtalk ist das zu Gast. Das ist ja so ein Podcast von drei ja, Konservativen würde ich sagen, haben alle drei unterschiedliche Ansichten, aber ich würde die drei, also ist schon eher AfD-Vorfeld und Ah, okay. Das hat Neitansichter auch rausgesucht und dann du warst da im Faschuh-Podcast, dann hat Outdoor ihm Gespräche angeboten, also der eine von Realtalk ist das und beleidigt Neitannin als Fascho und zeigt ihm Stinkefinger und droht ihm implizit mit Gewalt. Also das haben wir da auch alles aufgearbeitet. Also ja, mit Faschos spricht man nicht und Fascho, das ist jeder, der irgendwie AfD-Vorfeld zu verorten ist schon. Und wenn du mit denen sprichst, ja, dann bist du auch konservatives Rechtsextrem. Und dann fragt man sich, warum die Leute halt wirklich so sind, wie sie alle sind, ne? Warum die Leute kritisiert werden? Ich verstehe das nicht, ich rede nur um Quatsch und werde dafür kritisiert, aber ich verstehe nicht, warum. Sieh mal, den letzten Talk mit Deo Neitann, der war ja auch herrlich, als er am Ende abgebrochen hat. Ich hab den so gefeiert, ne? Den haben wir auch hier gesehen, ach, das war so fernab von gutem Böse. Ja, ich hab ihm auch einen neuen Talk angeboten, jetzt über diese ganzen Beschimpfungen, die er gegen das BSW rausgehauen hat, rechtspopulistisch-rechtsextrem. Ja. Ich hab gesehen, was er geantwortet hat. Hat er geantwortet? Ja. Ach was, ich dachte, er dich ignoriert. Was hat er gesagt? Ähm, ich wäre eine Taube auf dem Schachbrill und es wohnt sich nicht mit mir zu reden. Aber er hat, er hat doch den Talk verlassen. Also war er doch im letzten, der war doch die Taube. Was? Eine sehr eigentümliche Weltsicht. Das ist ja, das ist ja ein, das ist ein abenteuerlicher Vergleich mit der Taube, ne? Wenn man, wenn man den letzten Talk gesehen hat. Die Leute haben ein Problem mit der Wahrheit oder mit Fakten. Nicht mit der Wahrheit, Wahrheit ist ja was anderes als Fakten. Ja? Aber allein, als du gesagt hast, ja, nehm, Ausweis steht da halt eben nicht Tessa. War doch Tessa, ne? Ja, ja, Tessa und Markus. Und wenn du den Namen Markus nur erwähnst, wenn du, also, nein, ihn so nennst oder so, sondern wenn du den nur erwähnst, dann ist das Missgender. Laut Naita. Es ist so crazy. Du siehst das halt, wenn wirklich Fakten kommen, auch wenn unsere beliebte kritikunfähige Streamerin, wenn sie durchgehend immer wieder behauptet, okay, ein Beispiel ist hier mit dem Gamingpreis und so weiter, das machen sie nur, weil ich eine Frau bin. Und jeder, der da Kritik geäußert hat, hat gesagt, nein, wie die Kuchen die vorhin mal sagt, mich interessiert doch dein Geschlecht halt nicht. Wenn du Mann wärst und sonst nichts anderes sich ändern würde, würde ich genauso über dich reden. Aber das ist halt dieses Framing und dann kann man diese Opferrolle nicht ausspielen. Ja, du gehörst zu einer Opfergruppe, also kannst du dich in eine Opferrolle drängen. Also das ist doch bei all diesen Walken so. Nathan meint ja auch, er würde zu einer marginalisierten Gruppe gehören, weil er Autist ist. Also das kannst du keinem erzählen. Finde ich vor allem, wie macht sich ein Autismus bei ihm bemerkbar? Ja, was heißt, wie macht sich das bemerkbar? Welches Recht haben normale Menschen, was Autisten nicht haben? Nennen wir mal eins. Ja, es gibt keins. Aber selbst wenn du halt marginalisiert, man ist nicht wirklich marginalisiert, aber selbst wenn er jetzt irgendwie, warum nennt er Autismus, wenn man so wirklich, hat überhaupt Autismus irgendwann mal eine Auswirkung? Ich glaube, wenn du halt wirklich so ein bisschen apathisch so durch die Gegend läufst, oder? Ich kenne mich mit Autismus nicht ganz so gut aus. das wird dir diagnostiziert und das hast du dann halt, aber das hat jetzt keine direkten Auswirkungen. Ja, weiß ich auch nicht, wie er dazu kommt. Ich meine, Amaya war ja auch. Also es ist halt eine psychische Abweichung von einer Norm und entsprechend kann es diagnostiziert werden, aber es ist jetzt nicht, dass du da, also das ist jetzt keine Krankheit, die schlimmer werden würde oder so. Ja, vor allem bei Neitern sehe ich da gar keine Nachteile oder Einschränkungen oder sonst irgendwas. Wenn du mich fragen würdest, würdest du Neitern ernst nehmen? Jetzt inhaltlich nicht, aber als mündiger Bürger, erwachsener Mann ja selbstverständlich. da würde ich nicht sagen, nee, den kann ich nicht ernst nehmen, der hat ja Autismus. In welcher Welt? Oder Amaya, wie sie auch selber sagte, okay, sie war ein bisschen mehr verzweifelt und hat gesagt, ich habe im Gegensatz zu meinen Kollegen halt auch nicht so die Reichweite, vielleicht, weil ich Autistin bin. Da habe ich mich auch gefragt, was hat jetzt Autismus damit zu tun? Nein, gar nichts. Sorry, wenn ich das so sage, aber... Das ist Opferrolle. Schwierig. Dann sucht euch doch eine gute Opferrolle, die man auch nachvollziehen kann. Was hat ein Autismus je mit irgendwas zu tun gehabt? Deswegen, es ist absurd, du suchst dir... Amaya könnte noch sagen, weil ich trans bin, also... Das auch, ja gut, okay, aber sie hat sich erfülltlich mit Bollas Milano und Tandoruk und Finessi, die ja definitiv erfolgreich sind. Und sie steht einfach definitiv nicht am Autismus liegen. Das mag schon mutig, da mag ich schon mutig sein, das sagen, aber weiß ich nicht. Ich finde es immer sowieso ein bisschen merkwürdig, irgendwie eine Opferrolle einzunehmen und dann zu sagen, ja, deswegen habe ich Sonderrechte. Das ist verrückt. Ja, es ist dieses identitätspolitische Denken. Ich habe die Excel-Tabelle gesehen, Lexi, natürlich. Ja, es geht keiner mehr auf... Identitätspolitische Denken. Crazy. Und weißt du, was am schlimmsten ist, was ich wirklich am allerschlimmsten finde? Nicht, dass es solche Protagonisten gibt wie Shuyoka, Dekalent, Neidhine, obwohl Dekalent ist gar nicht so in der Opferrolle, ne? Ne, der ist ja unser Diktator, oder? Die rote Sonne. Mhm. Ja, aber alle anderen, die sich so eine Opferrolle irgendwie so aneignen. Das sind gar nicht die Schlimmen. Schlimmer sind Leute wie die Amadeo Antonio Stiftung oder wie Mein MMO, also die Plattformen, die auch wirklich größere Reichweite haben, die halt darauf, weiß ich nicht, die darüber berichten, Artikel schreiben und das auch wirklich raus in die Welt tragen und die haben ja wirklich heftig Reichweite teilweise, wo du dir denkst, was ist da los? Und dann schreibst du in die Kommentare, dann werden die gelöscht. Dann schreibst du einen weiteren Kommentar nach dem Warum werde ich jetzt gelöscht? Ist doch alles based gewesen. Zack, dann wirst du gesperrt. Und dann heißt es, ja, leider sind hier wieder ziemlich viele Rechte in den Kommentarspalten, da haben wir keine Kapazitäten und keine Kraft zu uns diesen rechten Hass uns entgegenzustellen, also machen wir hier mal dicht. Wir haben es ja bei Dara gelernt, rechts ist Versho Yoka kritisiert. Das ist irre. Gronkh ist ja auch rechts scheinbar. Ja, aber Amadeo Antoniow Stiftung, da hast du ein gutes Stichwort, die haben das auch für ihre eigenen Leute perfektioniert. Ihr in Viktoria, also wie Annetta Kahane früher als Dasi-Spitze hieß, also wenn die von den Medien kritisiert wurde, dann hat sie sich auch übelst in die Opferrolle gedrängt. Also googelt mal den Namen der Frau und schaut mal, wie die sich gegen Angriffe von Medien verteidigt. Stellt das auch als rechtsradikale antisemitische Hasskampagne da. Unglaublich. Wenn man keinen Inhalt hat, geht man auf sowas, ne? Das schon lange, bevor wir dieses, bevor Politik jetzt auf Twitch so groß war, bevor wir diesen Burkismus überhaupt hatten. Ich meine, wie gesagt, die Amadeo Antoniow Stiftung, die kommt aus dieser antideutschen Tradition und ja, entsprechend wurde da schon lange vorher so gearbeitet. Und ich glaube auch, dass viele kleinere Streamer, also die sind jetzt nicht tief in dieser Ideologie drin, die haben das einfach von größeren Institutionen, wie die Amadeo Antonio Stiftung, die staatlichen Institutionen, die es das mittlerweile teilweise übernommen haben, so eine Agitation, die haben das daher, glaube ich, übernommen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe keine Idee, wie wir da rauskommen könnten. Hast du eine Idee? Ne, so Amadeo Antonio Stiftung, die kann man die Gelder streichen, dann sind die weg. Also das ist ja staatlich finanziert. Sowas sollte nicht vom Staat finanziert werden. Das Gleiche gilt für die ganzen anderen transatlantischen und walken und neoliberalen Thinktanks, die von der Bundesregierung mit Milliarden Euro jedes Jahr gefördert werden. Wie realistisch wäre die Umsetzung? Dafür bräuchte man eine Partei, die in eine Bundesregierung kommt und das umsetzt. Aber wir wissen ja selbst, wie die Bundesregierung gerade tickt. Also ich glaube, das ist fernab, fernab, dass sie da irgendwo mal irgendwelche Gedanken auch nur hegen und so Gedanken machen würden. Boah, schwierig. Die Bundesregierung buttert da noch mehr rein. Also da gibt es ja einige Abgeordnete, die haben gesagt, es kann nicht sein, dass die Antifa nicht staatlich durchfinanziert sei. Und dann wundert man sich. Dann wundert man sich. Der Kampf gegen Rechts ist eigentlich ein Kampf gegen Links. Das hat Rainer Mausfeld mal gesagt und ich glaube, das stimmt. Ich meine, du hast es gerade beschrieben, gegen den gehen diese ganzen Burken eher vor, gegen uns oder gegen die Rechten. Ja, richtig. Weil man sich da inhaltlich nicht traut. Oder man kann es nicht inhaltlich. Verstehe ich ja auch. Ich verstehe ja auch, wenn du wirklich vielleicht politisch gar nicht so richtig drin bist. Ich bin ja auch nicht so politisch so drin, wie ich es gerne hätte. Weil ich einfach viel zu wenig Zeit habe. Leider, tatsächlich. Also ich würde in einem Politdiskurs mit Schlobo höchstwahrscheinlich sang- und klanglos untergehen. Sage ich dir, wie es ist. Hundertpro. Der will mich komplett in die Tasche stecken. Kommt drauf an welches Thema. Kommt drauf an welches Thema. Es gibt ja auch Themen, da hat Schlobo recht. Also da gewinnt dann keiner. Da kann man sich höchstens konstruktiv austauschen. Ich habe mit ihm über das Selbstbestimmungsgesetz geredet und das konnten wir beide nicht so gut. Und bei diesem Missgender, da ist so ein Artikel im Selbstbestimmungsgesetz, der sagt, wenn du den alten Namen einer Person benutzt, dann musst du das in, oh Gott, ich habe die genaue Formulierung vergessen, auf jeden Fall in bewundernswerter Art und Weise tun und das würde dann anhand von Gestik und Mimik bewertet werden. Ansonsten drohen 10.000 Euro Strafe. Das ist irre. Das ist halt auch wirklich irre. Ich meine, ich verstehe das, aber wenn du dann sowas hast und dann denkt man sich, okay, hey, du bist jetzt wirklich für Transpersonen und dann siehst du aber irgendwo später, aber im Kriegsfall ist es scheißegal, dann bist du wieder halt der Peter, der du vorher bei Geburt warst und dann kriegst du eine Waffe in die Hand und dann abmarsch. Das ist auch schon wieder so dieses, weiß ich nicht. Man sieht es doch gerade in der Ukraine. Also jeder, der irgendwie fliehen kann und der nicht komplett nationalistisch verblendet ist und der Anteil an Nationalisten, der wird in der Ukraine wesentlich höher sein als hier in Westeuropa, der versucht sich vor diesem Entweder zu verstecken, aus dem Land zu fliehen und ja, nicht einkassiert zu werden. Selbstverständlich. Und wenn du jetzt so ein Selbstbestimmungsgesetz hättest und wir ein Kriegsfall wären und Soldaten gegen Russland ins Feld schicken würden, also dann würden würde, glaube ich, ein sehr großer Teil der Männer sagen, okay, bin ich jetzt mal halt, bis der Krieg zu Ende ist, lieber das andere Geschlecht, als dass ich hier verheizt werde. Ja, klar. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Würde, glaube ich, jeder von uns machen. Ja, klar. Würde ich genauso machen. Ja, okay, stimmt. Dann gibt's halt natürlich auch solche politischen Sachen, die könnte ich schon mit Schlomo besprechen. Aber ich denke mal, wenn's halt so um, auch so um Sachen geht wie Zuwanderung und so weiter und Kriminalstatistik und so weiter, wo er dann auch wirklich in der Materie ist und wirklich die ganzen, die ganzen Datenblätter und so weiter auch schon längst alle im Kopf abrufen kann, wo ich dann wirklich sagen müsste, da müsste ich nachgucken, müsste ich, weiß ich nicht, ich hab keinen Überblick. Ich glaub, so meinte ich das. Da könnte er mich natürlich komplett in die Tasche stecken. Ja, da ist mein Problem vor allem, dass er zu pauschal argumentiert. Aber das, wie gesagt, das müsste man dann einzeln aufreden. Mit dem Thema hab ich mich ein bisschen beschäftigt und die Statistiken stimmen ja so. Also, dass bestimmte Zuwanderergruppen in den Kriminalstatistiken deutlich überrepräsentiert sind, beispielsweise. Oder dass Zuwanderer erstmal halt größtenteils nicht arbeiten, weil sie die Sprache lernen müssen. Ist ja völlig logisch, dass Leute, die in Deutschland geboren sind, auch nachvollziehbar zu wollen. können, dass die dann eine niedrigere Arbeitslosenquote haben. Also, deswegen haben die Ukrainer auch die höchste Arbeitslosigkeit, weil die erst am kürzesten hier sind. Ja, klar, natürlich. Aber das ist halt so, du kannst ja halt nicht sagen, ja, aber die sind halt in der Kriminalstatistik, weil, und dann kommen halt Gründe. Ja, aber trotzdem, die arbeiten ja nicht. Ja, wie können sie denn arbeiten, wenn sie halt noch nicht mal Deutsch sprechen? All solche Sachen halt, dass das halt nicht immer so auf so runtergebrochen ist, auf eine Aussage, sondern dass du halt so das große Ganze nimmst, sondern sagst, okay, da fließen viele verschiedene Faktoren mit ein und deswegen muss man das halt auch vielleicht anders auswerten, als du sonst machen würdest. Und da die Info, die Daten und so weiter, die hätte ich ja dann nicht. Schlomo war jetzt auch nur ein Beispiel, weil ich von allen Seiten höre, Schlomo ist halt der Redegewandt, der weiß, was er sagt, der ist halt gebrieft, der kann reden. Oder Kasper, oder wie sie alle heißen, ich kenne deren Content nicht, ich kenne deren Takes nicht, ich weiß, also ich spreche jetzt einfach nur nach, was ich höre von allen Seiten. Und dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum Leute wie Karl und Co. halt nicht mit denen irgendwie, oder warum sie sich nicht mal über die Leute unterhalten. Ist ja nicht so, dass sie halt mit denen in den Diskurs gehen, sondern dass sie halt auch über die Themen, ich meine, die machen ja auch, streamen die? Kasper und Co.? Ja. Dekadent hat tatsächlich auf ein Video vor ein paar Jahren von denen reagiert, also das war so ein Gemeinschaftsprojekt von den Rechten, ich gucke gerade noch, wie es heißt, irgendwie Fragen an Black Lives Matter. Und da hat Dekadent drauf reagiert und der hat sich wirklich komplett blamiert und Schlomo damit gedroht, dass er seinen Votort doxt. Scheiße, nein. Ja, und seitdem hat er sich da ein bisschen zurückgehalten, weil das halt für ihn nicht so gut ausging. 16 Fragen an Black Lives Matter, heißt das Video. Das müsste man echt mal gucken, ne? Ja, da geht es halt um diese Thematik, in den USA ist jetzt für uns hier in Europa relativ irrelevant sogar. Also da könnte man vollkommen sachlich und ruhig drauf reagieren und sagen, okay, so sehe ich das, ob das jetzt so, wie gesagt, ist jetzt eine andere Gesellschaft, die man da untersucht, nämlich die amerikanische. Deswegen ist das, glaube ich, ein Thema, wo man eigentlich sehr ruhig bleiben könnte und das auch nicht so schlimm wäre, wenn man argumentativ jetzt nicht die besten Argumente hätte. Also weil das, wie gesagt, eine für uns relativ irrelevante Debatte ist. Ja, im Prinzip schon, ne? Also wir haben hier ja keine Black Lives Matter. Und trotzdem haben wir es aber hier auch genauso zelebriert und gesagt, ey, das ist allgegenwärtig, wir müssen das hier auch irgendwo uns irgendwie zu Herzen nehmen. Warum? Also generell gegen Rassismus. Logisch. Da bin ich der Letzte, der sagt, ey, nee, brauchen wir nicht. Na, aber genau dieses explizite BLM ist jetzt hier nicht so akut, sag ich, wie es ist, ne? Ist jetzt nicht so akut. Ausgerechnet kaltrot mit Doxing, ja. Ja, es gibt ja einzelne Fälle, also Oriallo oder so, aber das Problem ist in Deutschland, also rassistische Polizeigewalt, das ist in Deutschland schon viel kleiner als in den USA, das kannst du schon sagen. Deswegen, also vor allem, dann wäre es ja nicht Black Lives Matter, sondern Ausländer, die sind hier in Deutschland, aus Osteuropa, aus dem Nahen Osten, Türkei, also die sind eher, nicht aus Schwarzafrika, also selbst wenn du diese Debatte hier auch machen wolltest, wie gesagt, Problem viel kleiner als in den USA, also erstmal, weil Kriminalität hier sowieso viel geringer ist, weil die Polizei hier auch nicht mit Militärwaffen ausgerüstet wird und so viele Befugnisse hat in den USA. Gott sei Dank. Aber ja, ja, deswegen wäre gerade das was, wo du ruhig bleiben kannst und wenn sich Decai denn da schon so blamiert, wie ist das dann erst bei einem Thema, was hier in Deutschland, also was hier eine deutsche Debatte ist, wie würde er dann aussehen? Ich glaube, deswegen hat er sich zurückgehalten, weil er da so eine negative Erfahrung gemacht hat. Aber ganz genau, das ist ja auch etwas, was ich nicht verstehe, vor allem die ganzen Zuschauer, warum sagen die nicht, ey, yo, du sagst, du bist immer so gegen Rechts und Kampf, gegen Nazis und so weiter, dann geh doch mal wirklich ans Eingemachte. Ist doch immer auf Polytopia zu gehen, ist doch langweilig. Und dann lass doch den Agitator in Ruhe. Ja, da ist er halt vielleicht für Sarah Wagenknecht. Und jetzt, ist das jetzt ein Nazi? Ist doch zu wenig für mich. Aber keiner sagt das. Das ist für die nicht zu wenig. Boah, nee. Ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Sarah hat uns vor ein paar Jahren, also vor zwei Jahren ja schon erklärt, das hat mich ja damals so an dieser Walkenbubble geschockt, das war ja auch einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, Hilfe, wem habe ich hier jetzt ein Jahr lang auf YouTube vor allem zugeschaut, was ist mit denen nach Beginn des Ukraine-Krieges passiert? Der hat da erklärt, dass Sarah Wagenknecht total verschwurbelt sei und eigentlich rechts sei. Weil sie gegen Waffenlieferungen war und für eine Exit-Strategie. Ja, und gegen Sanktionen. Gegen Sanktionen, wie kann man das? Wie kannst du die industrielle Basis in Deutschland erhalten? Das ist Nationalismus. Hallo, da ist Krieg, Russland, Ukraine, können wir jetzt auch mal wirtschaftlich ein bisschen leiden? Man muss richtig tief in die Taschen greifen, das kann man ja wohl auf Solidarität schon machen, oder? Vor allem hat gut funktioniert. Die deutsche Wirtschaft schrumpft, die russische wächst. Also Russland hat eines der höchsten Wachstum, Wachstumsraten von allen Industrieländern. Ja, aber was meinst du, wie hoch die wären, hätten wir jetzt keine Sanktionen und so weiter, ne? Da würden wir noch viel mehr... Dieses, was wäre, wenn Paradoxon... Ja. Weißt du, wie es anders gelaufen wäre? Es ist... Ich habe ja vor kurzem auch dieses, bitte missverstehen Sie mich falsch, mit... war Sarah Warnknecht bei Ulrike Herrmann. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe es gesehen. Aber das war Katastrophe. Aber das war Katastrophe. Ich habe gelitten. Der Ukraine-Teil war eine Katastrophe, ja. Oh mein Gott, ich habe so gelitten. Ich fand es aber jetzt wirklich sehr erfrischend, dass auf einmal das Publikum so gegen Herrmann geschwenkt ist, auf einmal. Genau, aber die Leute... Die war so irritiert. Ich meine, das ist ja ein alternatives Format von Gregor Giesel. Das heißt, du hast da eh schon ein Publikum, was nicht so in die Mainstream-Talkshows reingehen würde. Und dann haben die wahrscheinlich alle gesehen, auch Wagenknecht. Ich war wegen Wagenknecht. Die ist wahrscheinlich bekannter als Ulrike Herrmann. Vor allem der Ulrike Herrmann ja so eine ziemlich abseitige Position vertritt. In vielen Sachen, Ukraine-Krieg vertritt sie oder AfD-Mainstream-Positionen. Und in anderen Sachen, also Wirtschaftspolitik, also war sie früher Keynesianerin und jetzt fordert sie eine Klimaplanwirtschaft. Auch interessant. Also die hat quasi niemanden hinter sich und das könnte auch ein Grund dafür sein, dass das Publikum ein bisschen zu Wagenknecht verzerrt war. Aber Herrmann wirklich, hat ja wirklich alle Talking Points gebracht, die in den Medien gebracht werden. Also Putin wolle nicht verhandeln. Und dann Herrmann so, ja, zu Istanbul kommen wir noch. Und dann hatte sie kein Argument, warum Istanbul kein gutes Argument dafür sei, dass Russland eben zur Verhandlung bereit ist. Ich meine, das hat man ja da gesehen. Russland war bereit, seine Truppen wirklich hinter die Linien von Vorkriegsbegehren zurückzuziehen. Der Krieg könnte beendet sein, wenn der Westen es damals gewollt hätte. Das ist ziemlich gut nachgewiesen mittlerweile. Das ist unnormal. Also das war wirklich, das hätte ich nicht gedacht. In Russland wächst die Kriegswirtschaft, das ist sehr schlecht und kein Pro-Argument. Ja, erstmal kannst du, das ist zwar richtig, aber erstmal kannst du eine Kriegswirtschaft, relativ schnell eine Friedenswirtschaft umbauen. Kurzes Beispiel, zwischen 1944, dem letzten vollständigen Kriegsjahr und 1946 ist die US-Wirtschaft, dem letzten vollständigen, also dem ersten vollständigen Friedensjahr, ist die US-Wirtschaft deutlich gewachsen. Und damals war die Hälfte der US-Wirtschaft Kriegswirtschaft und kurz darauf musste das alles, also fast alles in Friedenswirtschaft umgewandelt werden. Und das haben die USA sehr gut geschafft und die hatten da viel größere Dimensionen zu bewältigen als jetzt Russland. Also wie groß ist da die Kriegswirtschaft? Ich habe nicht genau die Zahlen im Kopf, aber sechs, sieben Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Also das ist eine viel kleinere Kriegswirtschaft, als beispielsweise die, also während des Zweiten Weltkriegs war. Und selbst da hat man es geschafft, diese Kriegswirtschaft relativ schnell in eine Friedenswirtschaft umzubauen. Also erst mal kein Gut. Und zweitens blühen da auch die zivilen Sektoren. Also die Realeinkommen der Menschen sind in Russland deutlich, deutlich gestiegen. Der Wohnungsbau, der boomt. Also in Russland werden, glaube ich, weit über eine Million Wohnungen gebaut. Also rund viermal so viele wie in Deutschland. Also das ist, ja, dafür, dass Russland nicht mal, also nicht mal eine doppelt so hohe Bevölkerung hat und viermal so viele Wohnungen baut, ist doch sehr interessant. Beispielsweise. Ja, das ist sowieso, das ist sowieso nochmal ein eigenes Thema, ne? Ja, ich verfolge da immer Thomas Röper vom Antispiegel. Der erzählt da immer interessante Sachen. Muss ich mal gucken. Den gibt es jetzt nur noch auf Twitter, ne? Sagst du? Ne, Antispiegel, das gibt es noch auf YouTube. Das ist dann immer so ein zweistündiges Podcast-Format. Antispiegel TV, das waren 20 Minuten. Das war diese kürzere Show, die auch, die schneller hättest gucken können. Aber die haben so, wie gesagt, auf YouTube gesperrt. Die gibt es nur noch auf Twitter. Aber du musst dich vorwarnen, das ist böse russische Propaganda. Ja, okay. Ja, da habe ich ja keine Berührungspunkte. Ist mir egal. Ich gucke erst mal, was inhaltlich geboten wird. Das ganze Framing juckt mich mittlerweile auch gar nicht. Nee, aber er ist schon ziemlich pro-russisch, aber wie gesagt, das ist halt Gegenstück zu allem, was du hier kriegst. Und dann kannst du dir beide Sichten angucken und dann hast du halt einen Vergleich. Wer hat die besseren Argumente? Das kannst du dann zum Schluss fragen. Deswegen schaue ich mir das sehr gerne an. Ja, das größte Problem ist sowieso, was ich so empfinde, ist, es wird hier im Westen immer wieder gesagt, ja komm, was da wieder Propaganda aus Russland kommt und so weiter, das kannst du ja nicht glauben. Nee, friss lieber die Propaganda, die wir hier im Westen dir servieren. Ja, danke. Propaganda hast du überall. Es wäre vielleicht mal besser, einfach mal so zwischen den Zahlen zu lesen und vielleicht auch mal ein paar Zahlen und Fakten und so weiter sich so ranzunehmen, zu vergleichen und zu gucken. Ein bisschen Wasser mal sein. Nicht einfach nur mal sagen, ja, okay, hier ist Framing Dice, Framing Dice Propaganda, müssen wir nicht gucken. Und vor allem, wenn du irgendwie ein Video hast oder irgendeine Quelle und irgendjemand kommt sofort rausgesprungen und sagt, ey, das darfst du nicht lesen, weil Russia Today oder so, dann weißt du, alles klar, danke, dann werde ich mir das jetzt erst recht durchlesen. Ich bin halt so. Ich habe da keine Lust mehr, mich da von irgendwelchen Leuten, die mir sowieso nie was Gutes wollen, von denen habe ich nie was gehört und auf einmal kommen sie aus der Ecke gesprungen und sagen, das darfst du nicht, weil das ist Propaganda. Dann weißt du, die Leute wollen nichts Gutes. Ja, Russia Today darfst du wirklich nicht. Die sind ja offiziell zensiert worden mittlerweile in der ganzen EU. Ja, nee, 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 Russia Today war jetzt, weil ich das Wort hatte. Ich hatte den Begriff Russia Today. Also ich habe nichts von Russia Today gesehen. Aber ich weiß, wenn es halt um Russenpropaganda geht, dann heißt es immer Russia Today oder so. Oder immer als Argument. Der war doch früher bei Russia Today oder die war bei Russia Today. Mit VPN kannst du das ja weiterhin lesen. Also da hat sich die EU was von China angehört. Also abgeschaut in China, da werden ja alle westlichen Websites, alle westlichen Medien blockt. Aber die Chinesen, die können sich ein VPN runterladen und dann sich trotzdem alle westlichen Medien angucken. Diese Mühe, die macht sich, ich glaube, ungefähr ein Viertel der Bevölkerung oder so. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung, der wird mit chinesischer Propaganda gefüttert. Die anderen schauen sich auch noch Westmedien an. Aber da das halt so ein kleiner Anteil ist, hast du halt keine großen Probleme dadurch. Ich glaube, das ist was, wo sich die EU ein Vorbild dran nehmen will. Wenn das nur ein Viertel der Bevölkerung macht, ein großes Problem. Die anderen, die fressen dann halt unsere Propaganda. Das ist jetzt ein Testballon gewesen, dass man Russia Today und Sputnik überall zensiert hat. Ich hoffe, das weitet man auf nichts anderes aus. Aber es könnte tatsächlich passieren. Ja, ich denke mal, es wird eher noch ausgeweitet. Ich fürchte. Was? Ganz kurz mal. Ja, aber weil es gerade einer im Chat schreibt, VPN sind in China tatsächlich völlig legal. Wie gesagt, ein relevanter Anteil der Bevölkerung nutzt das, aber eben nicht die Mehrheit. Und wie gesagt, diese Gesetze gegen Desinformation, dieses Sperren von Websites, da kann sich die EU sehr, beziehungsweise da kann sie sich nicht, sie schaut sich sehr viel von Russland und China ab und versucht das zu kopieren. Also das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Aber wenn wir schauen wollen, was passiert, wenn solche Zensurmaßnahmen ergriffen werden, dann sollten wir uns eben die Länder anschauen, wo das schon der Fall ist und dann schauen, was passiert, wenn das hier auch kommt. Wie sollten wir darauf reagieren? Vor allem, wenn es halt wirklich jeder macht und auch die Großen und die Medien und so weiter. Du hast ja gar keine Macht mehr. Also wir stehen vor weiteren Zensuren und das wird auch nicht auffindend. Wie gesagt, ich glaube, das wird eher noch mehr als. Also im Prinzip, um ein richtig schönes Leben zu haben, müsstest du einfach, ob es deiner Ideologie entspricht oder nicht, einfach zu einem Jahr und Abend sagen. Oder je nachdem, wie du wirklich leben möchtest. Jetzt habe ich wieder Orwell mit 1984 im Kopf. Unweigerlich. Und es ist gruselig. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, Alter, das ist, und ich habe es ziemlich spät erst gelesen. Ich habe es letztes Jahr gelesen und ich habe mir gedacht, oha. Ja, ich auch. Das ist ein paar Jahre zu spät gelesen, aber das ist ja aktuell wie nichts sonst. Wobei das ja die Zukunftsvision für so einen immer totalitärer werdenden Stalinismus war und das kannst du ja historisch sagen, das ist nicht passiert. Die Sowjetunion, die ist nicht immer totalitärer geworden. Also nach Stalin kam Khrushchev, dann Brezhnev und durch die Marktreform von Gorbatschow ist die Sowjetunion dann, also die ist ja immer liberaler geworden gegen Ende. Also das ist ja, ja unter Gorbatschow war die Sowjetunion wesentlich liberaler als unter Stalin. Das kannst du, glaube ich, schon sagen. Ein wenig. Ja, unter Stalin saßen ein paar Millionen Menschen gleichzeitig in Gulags, unter Gorbatschow nicht mehr. Er ist auch ein bisschen mutig zu sagen, ja Stalin, Gorbatschow weiß ich nicht, ne? 1984 könnte so eine schöne Schullektüre sein. Bist du denn des Wahnsinns? Ledersockenstreichler. Schullektüre 1984. Ledersockenstreichler, bei dem Namen weiß man auch gleich, woher er kommt. Ja, aber 1984 als Schullektüre. Kannst du machen. Wie wollen doch die jungen Leute doch nicht aufklären oder Awareness eintrichtern? Ich finde, nach dem Lesen hat es da immer so schlechte Laune. Also wenn du das 100 Seiten gelesen hast und du betrieben wurden, wie alles düster ist und da ständig überwacht wird. Ja, es war so ein beklemmendes Gefühl, ja? Ja, ja. Irgendwie so, oh, gruselig. Vor allem, wenn du dann halt, du siehst natürlich dann auch überall automatisch Parallelen. Und dann denkst du dir, wenn du dich dann so ein bisschen hingibst, halt stopp mal, irgendwann denkst du dir, stopp, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber dann denkst du dir, es geht aber in die Richtung. Das ist schwierig. Es geht in die Richtung. Siehst du jetzt, und das ist nicht böse gemeint, wenn du jetzt halt zum Beispiel, es gibt mehr als zwei biologische Geschlechter. Tut mir leid. Das hat mit gesellschaftlicher Akzeptanz nichts mehr zu tun. Das sind Fakten, die man jetzt einfach neu modellieren möchte und uns eintrichtern möchte. Und dagegen wehrst du dich. Und wenn du dich dagegen wehrst, bist du halt ein Transfeind. Und das wird auch einfach so gefressen. Und das ist dieses, wie viel sind zwei plus zwei? Fünf. Ja, es ist doch, es gibt mehr als zwei biologische Geschlechter. Nein, gibt es nicht. Wenn die Grünen ein Desinformationsgesetz durchkriegen, dann wäre das Desinformation, wenn du sagst, es gibt zwei biologische Geschlechter. Richtig. Das ist gruselig. Das ist sehr gruselig. Ja, auf jeden Fall. Also so fern ab ist das nicht. So fern ab ist das wirklich nicht. War das nicht das, wofür Skurros sogar auf Twitch gesperrt wurde? Weil er das gesagt hat? Genau weiß ich das nicht. Im Großen und Ganzen war es mehr so, er hat What is a Woman gesehen und hat dann halt sich nicht klar positioniert dagegen, sondern hat es vielleicht ein Stück weit, also so hat man es ihm vorgehalten, glorifiziert oder es hat ihn bestätigt. Und das ist ja halt trotzdem vor, äh, trotzdem vor Transfeindlichkeit. Das wollte man auf Twitch nicht. Irgendwie so in die Richtung ging das. Ist das im englischsprachigen Twitch eigentlich genauso? Weißt du das? Was denn? Ob das im englischsprachigen Twitch genauso ist? Oh, die Ideologie ist dieselbe. Aber da ist ja allein schon, boah, ich weiß nicht, wie die es da handhaben. Da hört man es aber weniger. Aber ich glaube, die Amis sind halt auch eher dazu geneigt, einfach zu sagen, ja, ja, das stimmt so. Die sind da schon ein bisschen weiter. Die wissen, wenn ich jetzt hier akzeptiert werden will, sage ich einfach im Zweifelsfall lieber ja und denke mir meinen Teil, als dass ich jetzt das Maul aufmache und dann von allen Seiten irgendwie einen auf den Kopf kriege. Was eigentlich die schlaue Variante ist, weil du hast keine Möglichkeiten, dem entgegenzutreten, außer dein Stolz. Und der bricht dich dann irgendwann. Das ist ernüchternd. Denn Daily Wire, also von denen What is the Roman kommt, die sind ja in den USA eine schon etwas größere Nummer. Also die kannst du ja nicht komplett aus dem Diskurs ausschließen als Twitch beziehungsweise als Amazon. Das wäre ja schon jetzt eine gewisse Hybris. Also du kannst es versuchen, aber wie gesagt, würde mich mal interessieren, wie die das im englischsprachigen Twitch handhaben, was ja wesentlich größer als das deutschsprachige ist, wo du also auch logischerweise dann wesentlich mehr abweichende Stimmen haben wirst. Na gut, Amerika ist sowieso immer so halt sehr konservativ und ein sehr großer Teil, der sehr konservativ ist und sich da natürlich dementsprechend gegenstellt. Jede Generation sucht so ein Thema. Ja, das ist tatsächlich wahr. Naja, aber ich weiß nicht, wie die das da handhaben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn du da irgendwie Matt Walsh erwähnst oder Ben Shapiro oder Daily Wire an sich, dann hast du bei sehr vielen schon sowieso, bist du sofort unten durch. Ah, okay, alles klar. Du bist ein Nazi. Was, warum? Keine Ahnung, sagt doch jeder. Du bist ein Nazi. Ich hatte mal ein Kritikvideo zu Walsh gesehen. Das ist ja so ein großer Streamer da im englischsprachigen Raum. Mich verfolgt die ja nicht. Aber genau diese gleichen Diskurstechniken, die wir hier eben kritisiert haben, bei Dekadent, Dara Neitern, die hat der auch. Also alle Leute als Faschisten oder Nazis zu bezeichnen, die er irgendwie nicht mag. Seien das jetzt Liberale oder Konservative. Ja, okay. In Amerika gibt es hauptsächlich Liberale und Konservative. Da hast du ja diese zwei großen Parteien vor allem. Das engt das da ja auch nochmal ein. Aber ja, diese gleichen Techniken, die siehst du, also die, die hier siehst, die habe ich bei Walsh dann eins zu eins auch gesehen. Also der, der Walsh kritisiert hat oder Walsh selber? Der Walsh selber. Also der Kritiker, das war auch ein Liberaler, also in den USA. Ja, da gibt es auch einige vernünftige Formate, die du da verfolgen kannst. Es ist halt ungesprachige, YouTube-Twitch ist halt wesentlich größer als das deutschsprachige. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da was Vernünftiges dabei ist, ist halt auch wesentlich größer, einfach weil es mehr Formate gibt. Aber ja, das war auch so ein Liberaler. Aber der hat, wie gesagt, so ein Kritikvideo gegen Walsh gemacht und dann einfach einzeln aufgezeigt, was für Diskurstechniken er verwendet. Und eine war dann, und dann hat er so ein Schaubild gemacht, wo er alle Leute, die Walsh als Nazi oder Faschist gezeichnet hat, dann in SS-Uniformen oder in italienischen Faschisten-Uniformen gezeigt hat. Und so eine ganze Palette voller Leute, die alle, ich hätte sie jetzt politische Mitte in den USA eingeordnet vielleicht, oder leicht Mitte rechts vielleicht einige. Nazi, 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 Faschist, Faschist, Faschist. Oh nein. Ja, Walsh verfolge ich ja auch nicht. Auch Ben Shapiro und so weiter nicht. Vielleicht kriegst du da irgendwo mal hier und dort mal auf YouTube so ein YouTube-Shot mit. Aber mehr kriege ich auch nicht mit. What is a woman? Wollten wir uns hier auch angucken. Habe ich auch angefangen. Dann halt im Original. Und die ganzen Leute im Chat, sie so, mach mal Deutsch-Untertitel. Ich verstehe gar nichts. Ich so, Leute, lernt doch mal Englisch. Was ist denn los mit dir? Das ist doch Basic-Schulenglisch. Komm schon. Habe ich aus Frust abgebrochen. Ich so, sorry. Dann sucht euch halt eine gute Deutsch-Version davon. Ich weiß nicht. Gibt es das überhaupt auf Deutsch? Das gibt es auch wenn sowieso noch mit Untertiteln. Ich glaube nur mit Untertiteln, ja. Aber ich habe es gewagt ohne Untertitel und dann mal komplett überfordert im Chat. Ihr wisst schon, dass das jetzt kein gutes Bild auf euch wirft. Früher wussten die mit 16 nicht, was sie beruflich machen wollen. Heute wissen sie nicht mehr, was sie sind. Flash. Flash. Nee, aber in solchen Sachen. Ich meine, guck mal, auch dieses ganze Framing. Bist du im Krieg für Waffenstillstand, für Verhandlungen, bist du automatisch ein Putin-Troll, ein Putin-Versteher, ein Kriegstreiber, ein Nazi und du denkst dir, in welcher Welt? In welcher Welt, bitte? Oder ein Antisemit. Oder ein Antisemit. Ja. Ja, in einem Auskonflikt bin ich ja gar nicht drin. Da habe ich ja von Anfang gesagt, da werde ich mich null mit beschäftigen. Ukraine, Russland reicht mir schon. Wobei Ukraine, Russland, der hat tatsächlich noch, da hast du sogar noch einen besseren Überblick. Da sind die Strukturen auch so ein bisschen, ein bisschen deutlicher zu erkennen. Aber ein Auskonflikt, alter Schwede, das ist zu viel für mich. Da will ich auch gar nicht mit rein. Und ganz egal, wie du dich positionierst. Erstmal, du weißt nicht, was ist jetzt richtig, was falsch, wenn man es überhaupt in richtig und falsch einteilen kann. Und dann, ganz egal, was du sagst, du hast eh die Arschkarte. Weil das sind so hasszerfressende Parteien, beide Seiten. Nicht Kriegsmitglieder, sondern hier die Leute, die jetzt eine Meinung haben. Und ganz egal, wem du was sagst, du bist sofort unten durch. Ja, deswegen brauchst du dich ja nicht überall positionieren. Aber dieses, dass man für Frieden ist, das schon, du brauchst nicht mal, also das sage ich ja, ich bin ja dafür keine Seite. Ich bin einfach dafür, dass die sich an einen Verhandlungstisch setzen und ein Friedensabkommen verhandeln, was auch realpolitisch nicht so schwierig möglich wäre, wenn die beiden Seiten von ihren Maximalzielen ablassen würden. Und das ist dann eine gewisse, ich will da jetzt nicht zu weit inhaltlich eingehen, habe ich gestern mit Marcellus Wallace gemacht. Aber auf jeden Fall, ja, alleine dafür wird man ja schon angegriffen, dass das Hamas-Propaganda oder so jetzt irgendein Schwachsinn wäre. Ja. Wenn man die Position vertritt, die die Mehrheit aller, also wirklich, das ist die Position von der Mehrheit aller Nationen in der UN. Das ist nicht irgendeine abseitige Randmeinung oder so. Ja. Ich verstehe es auch nicht, ganz ehrlich. Also, wer Friedensziele negativ wiedergibt und sagt, du hast da irgendwelche negativen Absichten und so weiter und du bist, weiß ich nicht. Ich verstehe diese Menschen nicht. Und es macht mich auch momentan so ein bisschen ohnmächtig fast schon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und wir sind hier jetzt echt nur auf Twitch, ist das hier so eine, so eine, ja, eine unbedeutende kleine Ebene, aber da fängt es ja schon an. Wie gesagt, du bringst irgendwelche Sachen auf den Punkt, du sprichst Wahrheiten aus und wirst du dafür gebannt. Wow. Wow. Ja, wie gesagt, das ist das Problem. Und wir waren ja bei der Frage, wie stoppen wir das? Und wir hatten schon für uns selbst, einfach offen für Diskurs sein, einfach niemanden ausschließen, auf diese Kontaktschuldvorwürfe nicht hören. Und institutionell, der Staat müsste eigentlich das Gegenteil von dem machen, was er aktuell macht. Also aktuell kommen ja neue Zensurgesetze, Netzwerkdurchsuchungsgesetze, DSA und wie gesagt, die Grünen fordern schon Gesetze gegen Desinformation. Da müsste man halt Gesetze machen, die dafür sorgen, dass Plattformen nicht einfach Leute bannen dürfen, dass sowas verboten wird. Das könnte man politisch beschließen, wenn es wollte. Und dass die Algorithmen von Plattformen offengelegt werden müssen und neutral gestaltet sind. Also, dass sie nicht politische Meinungen oder so als Grund dafür nennen können, beispielsweise Leute zu Shadowbannen oder anderen Leuten nicht mehr anzuzeigen. Sondern, dass wirklich nur ganz fundamentale Faktoren, Watchtime, Klickrate, was weiß ich, so fundamentalen Faktoren, die dürfst du in den Algorithmus einbinden. Aber welche politische Meinung hat das jetzt? Oder gehört das jetzt zu einem großen Netzwerk? Ich meine, es werden ja auch bevorzugt Videos von großen Nachrichtennetzwerken oder beispielsweise von Funk vorgeschlagen. Also, das sollte keine Rolle spielen. Ja, das wäre optimal. Mal, aber ich sehe da keine Chance. Ich meine, weil wir selbst, wenn es schon bei dem kleinen Mann oder bei der kleinen Frau halt schon nicht richtig funktioniert, dass man sagt, ne, pass mal auf, die rede ich nicht. Ne, mit dem, rede mit dem nicht, der ist doof. Da fängst du ja schon an. Und du hast ja auch gesehen, zu Covid-Zeiten, ne, du hast so viele Talkshows und so weiter, aber es gab da nie irgendwie jemanden, der wirklich gesagt hat, ne, die Maßnahmen, also jetzt nicht richtige, vernünftige Kritiker und auch vielleicht Experten, die so eine andere Meinung haben. Ne, nicht so irgendwelche Schwurbler, die sagen, ey, die Erde ist eine Scheibe und wir werden alle mit, weiß ich nicht, mit, keine Ahnung, wir werden zur Hälfte ausgerottet mit der Impfung und so weiter. Wir wollen ja, sowas will man ja nicht sehen. Das verstehe ich auch, dass man sich solche Leute nicht einlädt. Ne, aber ich erinnere nur, falls ich erinnere, als Streeck, der war schon so, dass der größte Gegensprecher in dieser Pandemie und du hast gemerkt, jedes Mal, jeder einzelne Satz, den hat er sich vorher dreimal überlegt in den Talkshows. Das hat man sofort gemerkt und trotzdem wurde es ihn jeden Tag, jedes Mal am Tag drauf, irgendwie in der Bild oder so, komplett verdreht ausgelegt. Ja, sowas darf nicht sein. sowas darf nicht sein. Du darfst keine Angst haben, eine Meinung zu haben. Mein Internet schwirrt langsam wieder runter hier. Das sollte ich gleich mal kurz weg sein, ist mein Internet. Ja, ich hatte dich eben auch schon, also ein paar Mal so ein bisschen verkürzt gehört. Ich weiß nicht, wie das für die Zuschauer in meinem Stream war, aber du erleichtest mich noch um so lange. Jetzt vom Vodafone. Ja, aber Corona-Pandemie, meinst du, da wäre es so viel schlechter gewesen, wenn man wirklich ein paar extremere Positionen in Talkshows gehabt hätte? Also jetzt nicht Nix-Dings-Trink, sondern wirklich jemand wie Wolfgang Wodag. Also ich würde sagen, wenn man damals den Diskurs sehr breit gehalten hätte, dann wäre die Gesellschaft vielleicht nicht so gespalten gewesen, weil die Leute sind ja schon wegen Streeg dann auf Twitter ausgerastet, wenn da wirklich so jemand, der deutlicher formuliert hätte, da gewesen wäre, dann, ja, dann wäre, also dann wären die Leute nicht wegen Streeg ausgerastet, sondern dann hätten sie gemerkt, okay, so breit ist der Diskurs, wären sie vielleicht wegen Wodag ausgerastet, aber dann wäre der Diskurs viel breiter gehalten gewesen, dann hätte man nicht so, ja, dann, du weißt, was ich meine, oder? Ja, also es wäre definitiv weit besser gewesen, auch innerhalb der Gesellschaft, wenn, wenn, wenn vor allem das gemeine Volk, was ja immer wieder alles hinnehmen musste, die nächsten Maßnahmen, die nächsten Schritte, hier und dort, die mussten ja alles hinnehmen, ja, und sobald irgendjemand mal irgendwas gesagt hat, was halt nicht dem Narrativ entsprach, ne, Narrativ heißt jetzt nicht irgendwas Ausgedachtes, sondern es gab ein Narrativ, das muss jetzt nicht mal negativ sein, ja, ähm, wurde sie dann aber sofort geframed als kompletter Spinner, Schwurbler und so weiter, man hat dir komplett deine eigene Meinung, man hat deine Autorität komplett untergraben, ne, ganz egal, welche Position du hattest, wie viel du verdient hattest, wo du gearbeitet hast, komplett, deine Autorität wurde komplett untergraben und das macht mit einem Menschen natürlich was und, du hast ja gesehen bei Wodag, der wurde ja am Anfang noch interviewt und dann hat er, ich weiß nicht, wo der war, der war in irgendein, der hat sämtliche Positionen verloren und so weiter, der hat ja vorher irgendwie auch Aufklärung gehabt für, ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen und der wurde ja so schnell als Schwurbler abgestempelt, ja, oder wie es auch alle hießen und ich finde, hätte man da gesagt, dann pass mal auf, wir diskutieren jetzt ganz normal, ne, du kannst ja auch weiterhin sagen, das ist alles doof und wir können sagen, nee, das ist alles richtig, aber wenn wir Bürger wirklich gesehen hätten, pass mal auf, da gibt es tatsächlich eine Plattform, in der man auch sich austauschen darf, dann wäre so diese ganze, hey, was machen die da oben, die wollen uns alle eine Meinungsdiktatur aufdrücken und so weiter, das wäre nicht so laut geworden. Ja, in deinem Chat schreibt gerade Randnotiz, Wodak extrem, wobei, Wodak hatte doch über Recht, ich war während Corona, habe mich damit leider nicht so genau beschäftigt, das war jetzt nur ein Beispiel für jemanden, der sich deutlicher geäußert hat als Hendrik Streeck, ich weiß nicht, wo er Recht hätte, mein Argument war nur, man hätte ihn halt, also er war jetzt ein Beispiel, mit in den Diskurs einbeziehen sollen, also das, ja, das war jetzt nur eine Forderung von mir, völlig egal, wie, ob er jetzt Recht hatte oder nicht, wie gesagt, ich habe mich danach im Nachhinein nicht so groß mit beschäftigt, das, was ich dazu gelesen und mitbekommen habe, war schon, okay, ja, der Diskurs wurde eingeengt und es wurde in Zerrbild vermittelt, sowohl was die Wirksamkeit der Maßnahmen als auch was Wirksamkeit und Nebenwirkung der Impfung betrifft, aber, ja, das ist das, was ich mitbekommen habe. Ja, aber wie gesagt, deswegen kann ich mich jetzt zu Corona gar nicht groß inhaltlich äußern. Nee, am Ende des Tages ist ja auch immer wieder so, das habe ich auch damals gesagt, es kam ja auch immer wieder dieses, ja, du glaubst, du bist auch Experte, hast du irgendwie Virologie studiert, bist du irgendein Doktor, bist du irgendwas? Ich so, nein, bin ich nicht, ja, dann kannst du auch nicht mitreden, ich so, okay, und wo hast du studiert? Ja, ich auch nicht, aber Drosten hat das gesagt, ich so, also glaubst du auch einer Person, die es weiß oder wissen sollte? Also hast du doch nicht mehr und nicht weniger als ich in der Hand dein Glauben an einen Experten oder an einen vermeintlichen Experten. Warum darf man dann halt sich da die Meinung nicht austauschen? Und dann heißt es, ja, aber die Leute haben doch Angst. Ich so, ja, aber die Kritiker haben doch auch Angst. Vielleicht unter anderem auch andere Ängste, wie gesagt, die Spaltung der Gesellschaft und dieses, wann hören die Maßnahmen auf? Wie weit gehen die Maßnahmen noch? Das sind ja natürlich auch Ängste gewesen. Oder hey, jetzt haben wir die Maßnahmen, jetzt darf ich meine Oma im Altenheim nicht mehr besuchen, weil die Gefahr besteht, dass ich sie anstecke. Sie macht aber nicht mehr lange und sie sagt, pass mal auf, isolier mich in irgendeinen Raum für den Rest meines Aufenthalts hier, solange wie ich lebe, aber lass mir den Besuch. Und auch das wurde natürlich nicht gemacht und wie viele sind dann halt auch einsam tatsächlich da auch verendet. Allein auch schon durch diese Trennung von der Familie und so weiter, was auch nachgewiesen wurde. Ja, und all solche Sachen. Aber diese Angst war komplett irrelevant. Es gab nur diese eine Angst, die Angst vor dem Virus und die Angst vor dem Massensterben und so weiter und nur das war eine akzeptierte Angst. Und dieses Ausgrenzen und diesen Diskurs und ich habe es ja im eigenen Lab auch damals erlebt. Ich meine, was habe ich mir zu Schulden kommen lassen? Ich habe auf Facebook diskutiert. Ich war auf keiner Demo. Ich habe alle Maßnahmen mitgemacht und ich habe mich nicht impfen lassen. Okay. Aber ich war sowas von regelkonform. Ich habe nur auf Facebook habe ich diskutiert und habe auch da zu hören bekommen, man sollte die Arbeit wegnehmen, man sollte die Kinder wegnehmen, man sollte auch die Sozialleistungen verweigern, man sollte dich aussperren, man sollte, du dürftest niemals mehr in die Gesellschaft. All diese Sachen, es war doch da. Ich habe es doch im eigenen Lab erlebt. Und das ist eine komplett andere Angst, die man hat. Und das ist eine reelle Angst. Und dass man dann auch irgendwann mal wirklich so komplett ja, dann in dieselbe, in dieselbe Schneise schlägt und dann auch irgendwelche Sachen von sich gibt, die komplett absolut nicht okay sind. Aber das wurde nie akzeptiert. Und das ist bis heute noch so. Die Leute wollen bei anderen Meinungen den Diskurs verbieten, Leute wegsperren, die Plattformen, hier jetzt aktuellen Twitch und so weiter. Wann ändern wir uns wieder? Ich hoffe, unsere nächste Generation und die übernächste Generation ist mal wieder so ein bisschen vernünftiger und diskursbereiter. Ich weiß es aber nicht. Ja, ich glaube, das hat gar nichts mit der grundsätzlichen Lebenseinstellung von Menschen zu tun. Ich meine, die Bundesrepublik, wann ist die entstanden? Die ist nach dem Zweiten Weltkrieg, also die ist nach zwei Weltkriegen nach Nazidiktatur entstanden und trotzdem war die Bundesrepublik der 60er bis 90er Jahre, okay, auch da gab es Berufsverbote, will ich jetzt gar nicht verschweigen. Trotzdem war die wesentlich freiheitlicher, offener, es gab einen freieren gesellschaftlichen Diskurs als das, was wir heute erleben. Ja, absolut. Nur weil es gerade schlimm ist, heißt es nicht, dass es nicht besser werden kann. Wie gesagt, in welchem historischen Kontext ist die Bundesrepublik entstanden und zu was hat sich entwickelt? Es gab ja hier in der Bundesrepublik auch nie so eine McCarthy-Ära, wo massenweise Leute aus dem öffentlichen Dienst weggesäubert wurden, wie beispielsweise in den USA. Das stimmt. Ja, das stimmt. Nur was ich beobachte, jetzt bin ich auch schon alt genug, dass ich sagen kann, pass mal auf, ich habe auch noch irgendwo bewusst diese Zeit miterlebt, damals in den 90ern, dass man halt in den Diskurs gegangen ist und so weiter und da gab es sehr viele Talkshows und Diskussionen und so weiter und so fort. Die Leute, die jetzt wirklich aktiv sind, das sind ja eigentlich sehr junge Leute teilweise und die sind ja halt quasi in diese jetzige Zeit quasi reingeboren, die kennen es ja gar nicht bewusst anders. Die haben vielleicht noch so das Ende dieser Ära so halbwegs als Kind miterlebt, aber halt auch nicht bewusst und dann so dieser einseitige Diskurs und dieses schnell abschneiden und vermeiden und die Plattform und so weiter, damit sind sie ja groß geworden und das ist etwas, was ich gruselig finde. Sie kennen es nicht anders mehr. Ja, das ist ja und da ist jetzt die Frage, wie entwickelt sich das und wie gesagt, für uns ist es dann wichtig, Meinungsfreiheit hochzuhalten, dann auf institutioneller Ebene Institutionen, die dazu gemacht sind, Propaganda zu machen, die dazu gemacht sind, den Diskurs einzuschränken, wie diese ganzen Thinktanks, die unter dem Label Demokratie leben beispielsweise laufen oder Kampf gegen Rechts oder sowas, dass denen komplett die Finanzierung entzogen wird und jetzt ist doch die Frage, wie geht man mit Institutionen um, die gegen den freien Diskurs gerichtet sind. Und wie, du hast gerade schon Einseitigkeit in den Medien angesprochen, meiner Meinung nach dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Den wir alle finanzieren müssen. Ja. Aber selbst, wenn du sowas sagst, bist du ja schon wieder am Anschlag, wenn du sowas erzählst. Du hast ja nicht mal irgendwie die Möglichkeit zu sagen, will ich gar nicht zahlen, ich will sowas gar nicht finanzieren. Aber ich muss finanzieren. Was darfst du sagen? Du darfst sagen, ich will das nicht, aber du darfst nicht dazu aufrufen, dass es nämlich Aufruf zur Straftat. Ja, okay. Ja, gut, okay. Muss man auch noch. Ich meine, mir ist der öffentliche Rundfunk insofern egal, weil ich mir das nicht angucke. Ja gut, dann zahlst du halt deine Rundfunkgebühren, aber du schaust es dir ja nicht an. Deswegen denkst du dir, okay, unter ferner Liefen. Aber es ist halt so, scheinbar schauen noch ziemlich viele öffentlichen Rundfunk. Ziemlich viele. Was mich wundert. Man geht ja immer so von seinem eigenen Lebensstandard aus und so weiter und auch so, wenn du so nähere bekannte Verwandte hast, die auch mal alle sagen, aber Fernsehen gucke ich gar nicht mehr. Und du denkst dir dann, okay, das ist halt normal in der Gesellschaft. Aber nein, das ist nicht normal. Es gucken immer noch sehr viele öffentlichen Rundfunk und ich sage nur Böhmermann. Böhmermann allein reicht ja schon. Das ist ja Katastrophe, hoch zehn. Auch wenn da vielleicht mal ein oder andere gute Sendung hat, aber wie Alicia Joe selber in ihrem Video schon sagte, wie viele Leute sind bei ihm auch Nazi? Das ist irre. Nicht nur Böhmermann, auch diese ganzen Fonds-Formate. Ich glaube, ich muss mir hier einmal einen Arschtritt verpassen. Da sind die jetzt ganz kurz. Okay, ich habe deinen Chat gerade nicht im Blick. Ich hatte gerade noch hingeguckt. Ja, ich schon. Ich mache mal einen 24-Stunden-Arschtritt. Haben wir gerade eine Debatte ausgelöst, dass ich irgendwas was gesagt habe? Ja, es gibt irgendwelche Konflikte. Nee, Flash hat gesagt, wir machen eine komplette Sperre. Okay, bin ich konform mit. Dankeschön, Flash. Es gab irgendwelche persönlichen Angriffe in deine Richtung. Sowas will ich nicht haben. Müll muss raus, sorry. Wollt ihr, verzieht euch. Könnt ihr euch nicht einmal benehmen. Ihr geht durch die Welt und sagt, ihr wollt ernst genommen werden. Ihr seid mündige Bürger. Ihr könnt wählen. Ihr dürft Auto fahren. Ihr dürft Kinder erziehen. Dann benehmt ihr euch wie der letzte Arsch hier. Verzieht euch. Unglaublich. Sorry. Mir ist noch ein bisschen verarmt. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ja, wir waren ja gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Du hast gesagt, dich interessiert es nicht. Und was würdest du jetzt sagen? Sollte man den abschaffen? Sollte man den reformieren? Oder ist dir das egal? Man sollte es reformieren. Man sollte wirklich gucken. Ich weiß nicht, welche Institution gäbe es denn, die so einen Einfluss darauf hätte, wirklich zu sagen, pass mal auf, wir machen das jetzt alles ein bisschen transparenter, fairer. Wie? Der Bund und die Länder. Der Bund und die Länder. Aber wer genau entscheidet das? Am Ende entscheiden das wieder irgendwelche Menschen, die genau so entscheiden würden, ja, okay, wir müssen jetzt irgendwie gegen Desinformation vorgehen. Ja, so diese menschliche Fehlkomponente, dass man dann halt auch irgendwie mit Meinung und so weiter, weiß ich nicht. Ja, dann wäre die einzige richtige Lösung, wenn du sagst, es gibt diese neutrale Lösung nicht. Ich würde sagen, da gäbe es tatsächlich eine neutrale Lösung, wenn man das politisch durchbekäme, nämlich durch Losverfahren, also Losverfahren ausgewählten Rundfunkrat. Das heißt, kein Rundfunkrat, wo irgendjemand reingewehrt wird, wo keine Politiker oder sonst irgendwer bestimmt, wer da reinkommt, sondern wo wirklich zufällig unter allen 83 Millionen Deutschen gelost wird, wer kommt da rein, wer kommt da nicht rein und es ist komplett zufällig. Also das wäre das Einzige, um ihn repräsentativ, aber gleichzeitig staatsfern zu gestalten. Wäre das ansetzbar? Wäre das realistisch? Wenn man die politischen Mehrheiten hätte. Und das ist das Problem. Den Rundfunkstaatsvertrag beispielsweise aufkündigen, das könnte schon ein einzelnes Bundesland beziehungsweise eine Erhöhung der Beiträge blockieren. Das kann ein einzelnes Bundesland. Aber das zu reformieren, da bräuchtest du zumindest in der Mehrheit der Bundesländer und im Bund wahrscheinlich also überall eine Mehrheit. Und das ist viel schwieriger zu erreichen. Das heißt, wenn du den ganzen Laden einfach nur sabotieren willst, das wäre politisch sehr viel einfacher, als deine Reform durchzubringen. Und deswegen, aus pragmatischen Gründen, fände ich es deswegen sogar gut, sich für eine Abschaffung einzusetzen. Aber das ist dann eine parteitaktische Frage, die muss man dann eben in jeder Situation entscheiden. Das Abschaffen wäre dann irgendwo streng genommen genau wieder dieses De-Platforming, was wir eigentlich jetzt so kritisieren, oder? Oder meinst du nicht? Es ist ja ein Unterschied, ob du dich dafür einsetzt, dass Leute nicht mehr stattfinden dürfen. Ich meine, die Journalisten können ja weiterarbeiten im Öffentlich-Rechtlichen. Die können sich ja von ihren Zuschauern bezahlen lassen, wenn die Zuschauer freiwillig dazu bereit sind. Und es ist was anderes, Leute dazu zu zwingen, für sich Geld zu zahlen. Also das macht der ÖAR ja gerade. Also die sind ja nicht freiwillig. Sehr gut, okay. Ich verstehe, wie du das meinst, ja. Eben deswegen ist es ja kein De-Platforming. Ja, ich versuche das wirklich so ein bisschen einzuordnen und zu gucken. Ich bin auch sehr vorsichtig mit den Äußerungen, die ich dann bringe oder die Vorschläge, um nicht genau in diese Falle zu geraten, dass ich am Ende genau das vorschlage, wo ich eigentlich am Ursprungspunkt eigentlich gegen antreten wollte. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtiger. Wie gesagt, beim ÖAR wäre ich ja grundsätzlich prinzipiell für eine Reform, aber ich halte das politisch halt nicht für machbar. Das ist halt mein Argument. Ja, okay. Ja, das stimmt. Und halt eine Theorie und Praxis, was nötig wäre. Genauso deswegen bin ich auch so gegen diese Volksentscheide. Da war ich ja letztes Jahr noch sehr dafür, wo ich gesagt habe, also Volksabstimmungsleute, Volksentscheide, die könnten wirklich was raushauen. Aber ist es denn wirklich so? Wäre es denn wirklich so viel besser? Oder würde sich ja gar nicht großartig was unterscheiden? Die Frage ist, ob die Politik verpflichtet ist, das umzusetzen. Du hast das ja bei Berlin gesehen, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da ist die Politik nicht verpflichtet gewesen, das umzusetzen. Jetzt wollen sie nochmal einen neuen Volksentscheid machen, wo die Politik dann verpflichtet wäre. Also ich glaube, aber du hast es auch beim Brexit gesehen. Also da hat die Politik dann, obwohl sie nichts dazu verpflichtet war, Brexit durchzuziehen, das am Ende gemacht. Also der Volksentscheid, der hatte so eine starke Wirkung, der hatte so eine legitimatorisch bindende Kraft, dass er letztlich dazu geführt hat, dass Großbritannien aus der EU ausgetreten hat. Es ist jetzt völlig egal, wie man diese beiden Projekte, Deutsche Wohnen enteignen und Brexit, wie man die inhaltlich sieht. Aber man sieht, dass ein Volksentscheid was ändern kann oder eventuell nichts ändern kann. Es kommt halt immer auf die politischen Mehrheitsverhältnisse an und darauf, wie er gestrickt ist. Wie gesagt, die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignet, die ist jetzt deutschlandweit bekannt geworden, die wird einen neuen Volksentscheid machen und wie der dann ausgeht, das wird man sehen. Und wenn der positiv ausgeht, dann ist das Berlin tatsächlich verpflichtet, die Wohnung zu enteignen. Also das ist dann nicht mehr freiwillig. Also ich sehe schon, dass das was ändern kann und mal andersrum gefragt. Bestünde deiner Meinung nach denn die Möglichkeit, dass es durch Volksentscheide schlechter würde, als es gerade ist? Letztes Jahr hätte ich noch definitiv gesagt, nee, aber hier hat es gerade jemand geschrieben, Volksentscheide, hast du mal geguckt, wo sich die meisten informieren. Tatsächlich erkennen wir jetzt, dass ein Großteil des Volkes tatsächlich sehr gesteuert redet, agiert, handelt, denkt und auch fühlt. Ich weiß nicht, ob die nicht schon so vereinnahmt sind in gewisse Narrative, dass ein Volksentscheid quasi die nur noch bestärken würde. Ja? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das Argument ist richtig, aber es spricht gegen Wahlen generell. Also mit dem Argument könntest du auch Wahlen abschaffen. Ja gut, okay. Ja, das geht ja um den direkten Einfluss eines Volkes. Die Wahlen, das ist ja halt, ja gut, das ist ja auch wieder ein anderes Thema, ne? Ja, siehst du? Also da würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, nee, das Volk ist zu uninformiert, lass mal die lieber keine Parteien wählen. Es ist viel, also dieses Argument spricht viel stärker gegen Wahlen als gegen Volksentscheide. Denn wenn du gefragt wirst, soll der Mindestlohn bei 12 Euro oder bei 14 Euro liegen, ist ja gerade eine Frage, die debattiert wird. Das ist ja eine relativ einfache Frage. Kann sich jeder informieren, kann sich jeder gucken, was das auf seinem eigenen Gehaltszettel eventuell ändern würde. Oder wenn er ein Kleinunternehmer ist, was das für ihn an zusätzlichen Kosten bedeuten würde. Und da kann sich jeder überlegen, stimme ich da jetzt zu, stimme ich nicht zu. Wenn die 20 Parteien zur Auswahl gelegt würden, die ihr Programm am Ende eh nicht umsetzen, also das ist so viel komplizierter, da ist so viel komplizierter, rauszufinden, was kreuzt sich jetzt an, wenn die Grünen sagen, keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete und jetzt haben die Waffenlieferungen nach Israel in kürzester Zeit verzehnfacht, schicken Milliarden in die Ukraine, damit dieser Krieg immer weitergeht. Also es ist ja genau das Gegenteil, was sie vor der Wahl versprochen haben. Also da kannst du mir doch nicht sagen, dass bei einer Wahl, da werden die Bürger schon schlau genug sein, sich eine Partei auszuwählen, bei diesen ganzen Unbekannten, aber bei einer ganz einfachen Sachfrage, wie gesagt, Mindestlohn 10 oder 14 Euro, Renteneintrittsalter 65 oder 67 Jahre, dass die Bevölkerung sowas nicht entscheiden könne. Ja, das stimmt schon. Stimmt. Wie gesagt, ich war skeptisch seit letztes Jahr, weil ich mal gesehen habe, ich will Monarchie, genau. Ich will einen König, den wir im Kollektiv doof finden, genau, das möchte ich. Ich war lange Zeit Fan von diesem Volksentscheiden, ganz ehrlich, weil ich auch gesagt habe, vielleicht am Anfang wird es noch ein bisschen holprig, aber auch diese ganze Politikverdrossenheit und dieses Desinteresse an Politik und so weiter, das könnte sich dann irgendwann mal auflösen, wenn die Leute sehen, ich habe wirklich tatsächlich direkt eine Mitentscheidung, eine Option zum Mitentscheid, dass man sich dann halt auch vielleicht dann politisch mehr bilden würde, sich ein bisschen mehr interessieren würde, vielleicht auch wirklich mehr, sich mehr Infos holen würde, sich mehr dann Mühe geben würde. Das könnte alles positiv sich auswirken, das stimmt schon. Waffe nach Saudi-Arabien nicht vergessen. Komm, hör auf. Ja, und selbst wenn nicht, selbst wenn nicht, schlechte Herausforderung hätte es, glaube ich, nicht. Also, was würde das Volk schlechter entscheiden als die aktuelle Bundesregierung? Stimmt, also, so habe ich es noch nicht betrachtet, ganz ehrlich. Mindestlohn auf 14 Euro, das sind 70 Prozent dafür, laut der Umfrage, die ich gelesen habe. Warum glaubst du, so gibt es keinen Volksentscheid? Ja, jetzt mal im Ernst. Was glaubst du? Stell dir mal vor, die können jetzt wirklich, wir würden jetzt wirklich abstimmen, per Volksentscheid, weiterhin Waffen in die Ukraine schicken, ja oder nein. Das will doch niemand. Boah, da geht die Flaggenzimmer, man, aber echt an die Decke, ne? Das sage ich nicht mehr. Schuhe war wieder zu persönlich, sorry. Also, als Kriegstreiberin darfst du sie bezeichnen, das ist gerichtlich bestätigt, da wirst du nicht verknackt für. Ach was, oha. Die zeigt ja jeden an und deswegen weiß man ganz genau, als was muss man sie bezeichnen und als was nicht. Oh shit, ich würde sie nicht als Kriegstreiberin bezeichnen. Allein schon, wenn ich sie Flaggzimmermann nennen darf, das habe ich übrigens von Erwin, das ist für mich schon Genugtuung. Oh shit, boah, ich weiß es nicht. Zur Politik, Verdrossenheit und Volksabstimmung, der Blick in die Schweiz, da hat eine Volksabstimmung eine exorbitanten Wahlbeteiligung von 50% hingegen. Weiß ist da halt noch schon ein bisschen weiter als wir hier, ne? Ja, aber wenn es Fragen sind, die nicht viele Menschen interessieren, warum sollst du denn hingehen? Also, es sind ja konkrete Sachfragen und nicht alle Fragen gehen allen Menschen was an. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt nach Minaretten befragt wirst, ob man die auch muss, also das war ja so ein Riesenaufreger hier im europäischen Ausland, ob man die da bauen soll. Ja, wer interessiert sich dafür? Rechte, die Minarette blöd finden und Muslime, die Minarette gut finden. Den Rest ist es relativ egal. Komplett. Auch interessante Frage. Die Frage ist, inwieweit Volksentscheide gehen sollen. Denn oftmals kennen die meisten halt nicht die Hintergründe und Verknüpfungen. Ja, ganz genau deswegen ist ja dieser Volksentscheid, also, dass man den einführt hier. So wichtig, dass die Leute sich halt tatsächlich mehr informieren und neugieriger werden. Ich habe das Gefühl, dass die Leute auch einfach mal alle vier Jahre zur Wahl gehen und dann sagen, so, ich habe meinen Job getan und den Rest erledigen die ja schon. Ja, und wenn es mir halt nicht gefällt, dann gucke ich mir halt Rete an abends oder irgendein anderen Kabarettprogramm und dann kann ich da halt im Kollektiv schimpfen und lachen und dann mal gucken, was ich das nächste Mal wähle. Ja, aber damit ist doch niemand geholfen. Aber wenn du dann tatsächlich siehst, okay, du hast ja jetzt aktiv irgendwie Einfluss und irgendwann willst du dir auch nicht selber irgendwie wie ein Trottel vorkommen und informierst dich dann automatisch und wirst dann halt doch skeptischer und neugieriger. Also ich fände das tatsächlich. Du hast mir den Glauben an den Volksentscheid wiedergegeben. Danke, Agi. Wie gesagt, die ganzen Argumente, die sind ja nicht falsch, aber die sprechen noch stärker als gegen Volksentscheide gegen ganz normale Wahlen. Also frag mal den grünen Wähler, den durchschnittlichen vor der letzten Bundes-, also vor der letzten Bundes-, oder nach der letzten Bundestagswahl, nach seiner Wahlentscheidung, warum hast du die Grünen gewählt und dann gleicht das mal ab mit der Politik, die die jetzt machen. Ja, ach, absolute Katastrophe. Aber das darfst du ja auch nicht sagen. Das darfst du ja nicht sagen, weil dann kommst du wieder mit Realpolitik an. Ja, das Wahlversprechen ist halt immer so ein Sollzustand, aber der Ist-Zustand wird dann halt von der Realpolitik halt maßgeblich beeinträchtigt und das können wir nicht immer gewährleisten. Ja, aber du bist doch kein Trottel, der vorher noch nie in der Politik war. Du weißt doch, wie sich da irgendwie die ganzen Situationen gerade ergeben. Wenn du sagst, keine schweren Waffen in Krisengebiete und du siehst, da brutzelt es schon so ein bisschen leicht in Ukraine, Russland und du bist jetzt Teil der Regierung, dann wirst du ja wohl eins und eins zusammenzählen können und wissen, okay, pass mal auf, das wird halt eine sehr gewichtige Frage in Zukunft, aller Wahrscheinlichkeit. Das weiß ich nicht. Die machen Prognosen für die nächsten 50 Jahre, aber sowas kriegen sie einfach nicht auf den Schirm. Das ist unrealistisch. Tut mir leid, das weiß ich nicht. Was heißt Ukraine, Russland? Also es ist ja nicht der erste Angriffskrieg. Nein, ich meine nur, dieses Argument mit Realpolitik, das sieht er ja nicht mal. Es gab schon zehn Kriege und Ukraine, Russland ist nur ein weiterer. Also bei den anderen Kriegen, wo wir auch keine Waffen hingeliefert haben, ja, warum sollen wir es jetzt Ukraine, Russland tun? Also da gibt es ja kein Argument, was daran jetzt groß anders sein sollte. Ja. Ja, aber dann heißt es wieder, ja, Realpolitik und dann kannst du nicht und dann wundern die sich, wenn die Bürger dann irgendwann mal die Schnauze voll haben und sagen, pass mal auf, wofür wähle ich euch? Wenn ich doch irgendwie an ein, weiß ich nicht, ich gehe an ein veganes Bankett, äh, Buffet, da will ich auch kein Steak kriegen. Dann kriege ich nur Fleisch angeboten, das will ich doch auch nicht. Oder ich melde mich doch nicht an einen Fußballverein an, wenn sie dort nur Badminton spielen. Ja, dann bin ich wieder raus. Dankeschön. Dann habe ich einmal gezahlt, aber das zahle ich das nächste Mal nicht mehr. Aber dann ist man halt wieder, ach, weiß ich nicht. Die Leute sind so verrückt, ne? Und genau diese, dieses irrationale Denken, dieses irrationale Handeln, das steht dann, also stand bei mir bis jetzt immer so im direkten Widerspruch zu diesem Volksentscheiden. Deswegen habe ich so an diesem Volksentscheiden auch mal so ein bisschen gezweifelt. Weil diese Leute übernehmen nicht mal Verantwortung für ihre eigene Denkstrukturen oder für ihr eigenes Verhalten. Wie kann man diese Leute halt am Volksentscheiden teilnehmen lassen? Argumente dafür finde manchen Krieg Waffen zu liefern und andere nicht, je nach nationalem Interesse. Ja, das wäre ein Argument, aber dann darfst du nicht damit in die Wahl ziehen, keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, sondern Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, wo es dem nationalen Interesse nützt. Das müsste dann ein Wahlslogan sein. Und das wäre dann die Wahrheit. Und wir alle wissen bei den Wahlen im Wahlkampf, das ist so die Wahrheit so ein sehr ungebetener Gast. Das wisst ihr, ne? Zumal ich glaube, das nicht in unserem nationalen Interesse ist, dass da über eine Million Menschen aus der Ukraine allein nach Deutschland fliehen mussten. Dieser Krieg immer weiter geht, das Land ausblutet, wir da immer neue Milliarden hinschicken müssen und gleichzeitig die Energiepreise hier explodiert sind und die Industrie abwandert. Das ist doch nicht in unserem nationalen Interesse, das jetzt nochmal ganz sachlich auf diesen Konflikt. Aber selbst wenn man jetzt meinte, es wäre in unserem nationalen Interesse, das haben die Grünen vor der letzten Wahl nicht gesagt. Das verschweigen sie öfter, ne? Da ist schwierig, ne? Wir sind jetzt aber auch echt ein bisschen weit abgekommen. Das mag ich immer so. Von Zensur auf grundsätzliche Fragen der Demokratie und jetzt sind wir bei Volksentscheiden. Das war, glaube ich, ein schönes Thema zum Abschluss. Ich liebe diese Dynamik, ganz ehrlich. Mag ich wirklich sehr. Ja, ich glaube, ja, Fazit, es gibt theoretisch viele Möglichkeiten, Zensuren entgegenzuwirken, aber realistisch gesehen haben wir da aktuell nicht viele Möglichkeiten, oder? Außer tatsächlich selber dazustehen und zu sagen, nein, ich stehe weiter für den Diskurs und ich scheue mich auch nicht anderen Meinungen mir zumindest anzuhören, sofern es Meinungen sind. Wenn du jetzt sagst, ja, ich höre auch der AfD zu und dann schreien sie, ja, Deutschland, den Deutschen, dann, mit sowas willst du ja nicht reden. Du willst ja schon wirklich mit Leuten reden, die tatsächlich irgendwie meininhaltlich was vortragen zu können. Ja, aber auch das wird ja jetzt halt gerne mal so alles in einen Topf geworfen und gesagt, ne, die sind alle so, brauchst du gar nicht fragen. Ja, ja, und anderer Hinweis, wir sollten auf alternativen Plattform unterwegs sein, du bist auch noch auf Kik, bin ich auch. Ja, stimmt. Und bist du auf Odyssee? Nein, nein, da bin ich auch, ich bin auch mega faul, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich müsste auch viel häufiger auf Kik und so weiter streamen nebenbei. Ja, also ich bin auch total unzuverletzlich. Deswegen ist Odyssee praktisch. Alle Videos, die du auf YouTube hochlädst und die weniger als eine halbe Stunde lang sind, die werden auf Odyssee automatisch auch hochgeladen. Echt, wahr? Oha. Ja. Du musst nur den Kanal synchronisieren, das ist einmal ein bisschen Arbeit tatsächlich, da die Daten und dann das einzugehen und danach macht er es automatisch. Oh, das werde ich, ey, dann werde ich das machen. Odyssee. Ich habe das schon öfter mal so ein paar Videos gesehen, aber das war mir so eine Ausweichplattform. Vor Jahren gab es da nochmal eine Ausweichplattform, da hat Gronkh sogar für geworben. Und die ist dann, boah, ich weiß nicht mehr, wie der, ich an den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall ging die Plattform dann, kann sein, ja, auf jeden Fall ging die Plattform dann down. Also die Server ist noch online. Also die ist es nicht. Okay, dann war es nicht. Entschuldige. Ist auch schon ein paar Jährchen her, das war sogar noch vor Covid, meine ich. Na, da hat er gesagt, okay, wir sollten mal halt, weil da war eine Zeit lang irgendwie, YouTube hatte in seinem Algorithmus und auch sehr viel, sehr viele Videos irgendwie entmonetarisiert oder komplett runtergenommen, gelöscht, irgendwie, weiß ich nicht mehr. Und da hat er gesagt, wir müssen mal irgendwie Ausweichplattformen irgendwie in Betracht ziehen. und dann war das auch wirklich eine sehr kurzlebige Geschichte. Keine Ahnung, sorry, bin ich durch. Mixer, Trovo, müsste ich lügen, Leute, weiß ich nicht. Ja, Rumble ist da noch die andere Plattform, aber da sind aus dem englischsprachigen Raum leider sehr viele Kanäle und die haben auch leider nicht diese tolle Funktion, die Odensee hat, Videos automatisch hochzuladen. Deswegen, aber da habe ich mir quasi auch noch einen Account gemacht, nachdem ich einen Strike bei YouTube bekommen hatte, war ich dann erst mal auch ein bisschen aufgescheucht. Rolodupi hat ja monetarisiert, wird schon ein paar Strikes, Antispiele-TV gesperrt, ich kriege einen Strike. Nicht, dass ich hier bald weg bin, weil ich Seth Van Doomen kritisiert habe. Wow. Wow. Hat er irgendwann mal einen Strike bekommen, irgendwann mal einen von Letz bekommen, Seth Van Doomen, für seine Äußerungen, die er getätigt hat? Weiß nicht, ich weiß nicht, was er auf YouTube bekommen hat, aber auf Twitch ist der Kanal, glaube ich, noch online, da heißt ja Mopsente. Ja, klar, durchgehend. Die haben nichts bekommen. Mopsente hat irgendwie auch mit seinem Moderator irgendwelche Fantasien gehabt, dass man, weil ich einmal gesagt habe, Männer, die sich die Fingernägel lackieren, aus nur diesem einen Grund, guck mal, ich bin so Ally, die kann ich nicht ernst nehmen. Dann wurde von ihrem Moderator von Mopsente selber gesagt, boah, ich würde am liebsten meine Fingernägel schleifen und ihnen so in die Halsschlagaderam oder aufschlitzen. Und das hat sie vorgelesen, Mopsente hat gesagt, oh ja, dafür würde ich auch noch mal Geld ausgeben, mir die Fingernägel schärfen zu lassen. Wahnsinn. Ich habe es natürlich gemeldet. Nichts. Null. Also das ist ja schon Gewaltandrohung, das ist krass, oder? Ja, natürlich. Ich muss mal gucken, ob das nicht ein Fall fürs Strafrecht ist. Also nicht nur, nicht mal für, ich habe das sowieso lieber, wenn sich da der Rechtsstaat umkümmert und nicht irgendein Konzern, der das danach gut und entscheidet. Ja, also im Prinzip ist irre. Richtig irre. Ich habe Screenshots, ich habe auch Videoausschnitte dazu und ich habe das auch alles genau mit Timestamp und so weiter alles gemeldet. Nichts, null. Gar nichts. Twitch macht nichts. Ja, die Bubble darf alles. Ja, aber sagst du einmal, da gibt es nachweisliche Aussagen, die gelogen sind. Das, was ich belegen kann, dann kriegst du erst mal einen Sieben-Tage-Bann. Irre. Oder du kriegst einen Strike. Denk mal, irgendeiner von uns hätte sich so geäußert oder irgendwer, der nicht zu der Bubble gehört. Das würde ja schon reichen. Lacher. Der wäre gesperrt worden. Stell dir mal vor, ich hätte gesagt, boah, ich würde ja am liebsten irgendwie, weiß ich nicht, Freiraum Reh die Halsschlagadern aufschlitzen. Jetzt wird das geklippt und dann hast du ein Problem. Leute, klippt das nicht. Na gut, da könnte ich mich ja sogar gegen wehren. Aber stellt euch mal vor, das ist irre, ist das? Ja, man muss ja noch, natürlich, man muss ja noch mal 350 mal Twitch-Support.de taggen auf Twitter. Ansonsten funktioniert das nicht. Stimmt. Stimmt. Dann zu richtigen Bubble gehören, sonst guckt sich der Twitch-Support das nicht an. Das ist auch etwas, wo man gegen vorgehen muss. Und da sind die besser organisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich, weil die halt auch in so eine Art Wahn verfallen sind, finde ich. Weil du musst ja dann wirklich, ich meine, du siehst ja vielleicht auch den Twitter-Grind von Shurioka, von Dave und so weiter, wo sie dann wirklich von morgens bis abends an die 50 Tweets rausfeuern. Pro Tag. Da denkst du dir, wie machen die das? Die haben die kein Leben? Sorry, da wäre mir meine Zeit zu schade, selbst wenn ich komplett weder Freunde noch Familie noch sonst was hätte, wäre mir meine Zeit zu schade für. Die machen das. Naja. Gut, ich glaube, ich halte jetzt ein bisschen auf, ich ziehe das wieder ein bisschen. Es tut mir leid, ich rede halt so gerne. Sorry. Sollte es als Streamer so sein, dass du gerne redest. Ja, ich erahne es, aber ich, ich kennt man ja so, wenn man unterhält sich, dann will man eigentlich Schluss machen und dann redet und redet. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Mittagessen ist bei mir noch eine Viertelstunde hin, also alles gut. Okay, okay. Gut. Dann würde ich sagen, können wir hier zum Abschluss kommen. Es hat mich wirklich sehr gefreut, es war sehr toll und du hast mir wirklich, ich danke dir wirklich, dass du mir den Glauben so ein bisschen an den Volksentscheid an diese Option, dass du mir die wieder so ein bisschen verargumentiert hast. Weil die hatte ich wirklich ein bisschen verloren. Finde ich gut. Danke. Ja, gerne. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Lass dich nicht unterkriegen. Und ich hoffe, dass du weiterhin uns auch auf allen Plattformen erhalten bleibst. Nicht kritisieren die Leute. Alles gut. Bis dann später, Mann. Ciao.